Herr Jesus, oh wie herrlich bist du, oh wie herrlich bist du das Haupt, oh wie herrlich bist du in deinen Heiligen, oh wie herrlich ist die Versammlung der Heiligen, oh ich preise dich für die Versammlung heute, oh dass du deine Herrlichkeit zeigst in der Versammlung, weil die Heiligen sich versammeln, oh weil du deinen Segen verheißen hast, oh Herr ich erwarte deinen Segen, ich erwarte deine Salbung, oh Herr Jesus ich erwarte dich herr, oh die Gnade ist gekommen als Person, oh wie sehr liebe ich dich herr, die wundervolle Gnade. Oh Herr Jesus, wir lieben dich, wir loben und preisen dich, wir erheben deinen Namen, dein Name steht über euren Namen, du bist der König der Könige, übernimm unser Denken und unser Sprechen, damit wir dich und deine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen, oh Herr Jesus. Oh Herr Jesus, oh ich danke dir für deine herrliche Gemeinde, Herr, oh wie wunderbar ist deine Gemeinde, Herr, oh wir wollen dich heute berühren, wir wollen im Geist einander berühren, in Einheit im Geist sein, Herr. Oh alles richtet sich auf dich aus, alleine gilt nur dir zu ehren, Herr, alle Meinungen müssen fallen, alle individualistischen Gedanken müssen fallen, Herr, es gilt nur dich, nur du alleine bist der Maß, nur du in dir, Herr, in dir ist alles, in dir ist alles, du bist alles für uns, Herr Jesus. Oh ein Ende, ein Ende mit jedem eigenen Sinnen, an jeden Meinungen, an jeden Gedanken, Herr, wir richten die Gedanken auf dich aus, oh Herr, ich schreie zu dir, Jesus, ich schreie zu dir, Herr Jesus, wir müssen zu dir kommen, Herr, nur du alleine bist es, nur du alleine, Herr, gewinne heute, gewinne du uns, Herr, dein Weg in uns, Herr Jesus, offenbare dich heute wie nie zuvor. Oh, reiße nieder, alles, was dich behindert, alles, was dich zurückhält, nur du, Herr, nur du alleine in dieser Zeit, Herr, dass deine herrliche Gemeinde Ausdruck bekommt, Herr, Amen. Oh, Herr Jesus, oh Herr Jesus, oh erhoben sei dein Name, Herr, oh erhoben sei dein Name, Herr, ich preise dich für deine Gegenwart hier, oh Herr Halleluja für deine Gegenwart, oh wie wunderbar ist dein Hiersein, oh wie schön ist dein Angesicht, wie lieblich ist es dich zu sehen, oh Halleluja, Herr, Oh, deine Gegenwart ist kostbar, Herr, danke, 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 Herr Jesus. Amen, 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 preis dem Herrn, ja, ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Geschwister, oh Herr Jesus, ich möchte jetzt diese Zeit einfach mich selbst niederlegen und dich dafür erhöhen, Herr, 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 hab du jetzt einen Weg, wie du die Last dieser Botschaft befreist und alles, was wichtig ist, gesagt wird und alles, was unwichtig ist, zu Boden fällt, Herr. Herr, hab jetzt deinen Weg, Herr, ich lobe dich und ich preise dich dafür, oh Herr Jesus, oh danke, Herr Jesus, übernimm du mich jetzt ganz. Ah ja, liebe Geschwister, es ist also so, dass der Inhalt dieser Botschaft mich schon seit Monaten und Monaten bewegt und ich nie das innere Go hatte jetzt für, mach das. Und jetzt ist aber die Zeit und zwar vor allen Dingen auch in Anknüpfung mit der Morgenerweckung, die diese Woche extrem interessant war. Und wisst ihr, als jemand, der sich als eine geistliche Mutter in der Gemeinde sieht, ist es mir sehr wichtig, dass meine Kinder wachsen und wer jeder, der selber Kinder hat, freut sich, wenn seine Kinder sich gut entwickeln, wenn die vorangehen, wenn die Dinge lernen, wenn die einfach wachsen und in diesem Fall ist es natürlich auch geistliches Wachstum. Und ich sehe nicht mit Zorn, gerunzelter Sturm und Stirn auf euch und denke mir, ah, da fehlt es und hier fehlt es, sondern ich sehe, bewege vor dem Herrn her, was kann ich tun, was ist mein Part, um das geistliche Wachstum in der Gemeinde voranzubringen. Und das ist das, was auch der Herr will. Der Vater wird geehrt durch Söhne und Töchter, die geistlich wachsen, die in die Gereiftheit hineinkommen. Und man beobachtet oder ich beobachte seit vielen Jahren, dass es bei manchen Heiligen ein großes geistliches Wachstum gibt und bei manchen Heiligen weniger geistlich, also großes geistliches Wachstum gibt. Und da kann es jetzt viele Gründe dafür geben. Es gibt sicherlich auch mal den individuellen Aspekt der ganz persönlichen Lebensgestaltung, inwieweit richte ich mich auf Gott aus in meinem ganz normalen täglichen Alltagsleben, das ja jeder hat. Habe ich ein Gebetsleben? Habe ich ein Leben im Wort? Habe ich, erlaube ich dem Heiligen Geist in meinen Lebenssituationen zu wirken? Erlaube ich ihm, dass er hineinsprechen darf in Situationen? Habe ich auch ein Umfeld des geistlichen Wachstums? Bin ich in einer Gemeinde, wo ich geistlich wachsen kann? Eben das sind alles sehr individuelle, persönliche Dinge, über die will ich heute jetzt nicht explizit sprechen, sondern da, ich denke mir, ihr wisst selber, wo ihr geistlich steht, ob das besser sein könnte oder nicht. Aber es gibt eben diesen individuellen Aspekt. Aber es gibt auch diesen kooperativen Aspekt. Kooperativ heißt in der Gemeinschaft ausgedrückt, im Leib ausgedrückt. In der Gemeinde, eben im Leib. Und wenn ich jetzt auf die Bibelstelle zurückgehen darf, in Epheser 3, Vers 14, aber ganz speziell 3, 18. Ich lese es euch vor, ich lese es euch kurz vor, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erde genannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also gewurzelt und gegründet, festgewachsen, ja, Kraft gestärkt in der Liebe, gewurzelt und gegründet. Und jetzt kommt es, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Hier sind ein paar Dinge genannt. Reichtum seiner Herrlichkeit, Kraft gestärkt werden durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein. Glaube, der sich entfaltet, Christus, in der Liebe gewurzelt und gegründet sein. Warum? Damit wir in der Lage sind, zusammen mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die ganzen Dimensionen Gottes ist. Und damit wir auch alle Erkenntnisse übersteigende Liebe des Christus erfassen können und erfahren können. Und dieser Vers ist extrem wichtig. Man muss in der ganzen Betrachtung der Bibel einfach sehen, dieses Neue Testament ist gar nicht an einzelne Menschen geschrieben, sondern es geht um die Gemeinde. Und es gibt ein paar Briefe, die sind an einzelne Menschen geschrieben, aber darum ging es wiederum um die Gemeinde. Also geht es eigentlich immer um die Gemeinde, um den Leib. Und wir haben schon in vielen Predigen gehört, der Leib ist Christus selbst. Ich bin nicht nur mein Kopf, ich bin mich im Ganzen. Haupt ohne Leib ist ein Witz. Leib ohne Haupt funktioniert nicht, also wir müssen das Ganze sehen. Und ich habe den Herrn sehr, also ich habe das oft und oft bebetet, die Tatsache, was ist mit den Heiligen, was kann ich ihnen geben, wo ich empfinde, sie wachsen nicht, oder nicht wie sie sollten. Also was behindert sie denn jetzt eigentlich? Und der Herr hat zu mir gesagt, und das ist jetzt nicht der einzige Grund, aber der Grund, über den ich jetzt heute sprechen will, ist, weil sie sich nicht mit den Geschwistern verstricken lassen. Und mir war erstmal gar nicht so ganz genau klar, was heißt denn jetzt mit den Geschwistern verstricken lassen, ganz genau. Und man muss diesen Begriff verstricken lassen, mit geistlichen Ohren und Augen, einfach mit geistlichen Sinnen wahrnehmen. Und es bedeutet jetzt nicht, dass man sich gegenseitig aushorcht oder neugierig ist und hast du gehört und weißt schon, also oder auf eine übergriffige Art und Weise im Leben des Anderen rumfuhr werkt, was einem gar nicht zusteht. Also das bedeutet verstricken lassen, überhaupt nicht. Aber es bedeutet, Anteil am Leben des Anderen nehmen und Anteil nehmen lassen. Oder das Leben teilen oder in einer Lebensbeziehung zum Anderen stecken. Oder gegenseitige Fürsorge und Christus darreichen. Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, dass wir glauben und der festen Überzeugung sind und der festen und tiefen Hoffnung, die feste und tiefe Hoffnung in uns hegen, dass Christus zu uns, durch uns zum Ausdruck kommt. In unserem ganz täglichen Leben, wo wir halt sind. In all den Dingen, wo wir drinstecken. Aber eigentlich geht es ja auch um den korporativ, also um den in der Gemeinschaft zum Ausdruck gebrachten Christus. Und dieses Anteil am Leben des Anderen nehmen oder in einer Lebensbeziehung stehen, das hat auf der einen Seite vielleicht, hat ganz praktische Aspekte. In dem man sich trifft, in dem man auch sich unterstützt in ganz praktischen Dingen. Oder in dem man zum Beispiel Verantwortung oder Dienste in der Gemeinde mit übernimmt. Und das ist jetzt nicht immer der Predigtdienst oder es ist nicht immer nur der Lobpreis, sondern es sind auch so Dinge wie, einer, der hier ist, der kauft die Reinungsmittel und die Toilettenpapier. Und wir hätten ein Problem, wenn wir das nicht hätten. Das mag jetzt banal klingen, aber es ist so. Oder es gibt Geschwister, die reinigen die Räume. Es gibt Geschwister, für die ist das nie ein Thema. Aber denk dran, du möchtest auch saubere, zum Beispiel Toiletten vorfinden. Und das macht hier jemand. Und indem du dich da einbringst, ganz praktisch, übernimmst du einen Anteil der Fürsorge für alle. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du zu mir nach Hause kommst und meine Toilette putzt, sondern es geht ja hier um die Gemeinschaft, um das Einbringen in der Gemeinschaft. Aber die erste und wichtigste Sache dabei ist, ist natürlich die Versorgung der geistlichen Art. Ich meine, wir können, das eine soll man tun und das andere nicht lassen. Natürlich hat alle Fürsorge immer einen praktischen Ausdruck. Immer. Aber es hat auch eben in erster Linie einen geistlichen Ausdruck, indem ich mich zum Beispiel im gemeinsamen Gebet mit den Geschwistern treffe. Und das muss ja nicht, wenn man sich jetzt nicht treffen kann, weil man wenig Zeit hat. Man kann ja auch mal am Telefon zehn Minuten miteinander beten oder einen Vers beten lesen. Und vielleicht magst du sagen, ja meine Güte, mein Tag ist eh schon sehr voll. Aber ich traue mich zu behaupten, dass im Tag von jedem Einzelnen von uns Lücken sind, die wir vertun und die wir anders nützen könnten. Und es ist tatsächlich so, dass die Gemeinschaft mit den Heiligen zusammen, die bilden die ganze Dimension des Christus. Wenn ich jetzt sage, die Heiligen, dann ist es so, ich meine, ich kann jetzt mit den Heiligen, die in Australien sind oder in Hamburg wohnen, nur sehr bedingt Gemeinschaft haben. Oder die, die in einem Land wohnen, wo die Sprache nicht spreche, kann ich jetzt nicht die Gemeinschaft haben. Mit allen Heiligen, glaube ich, kann man hier sagen, mit denen hier vor Ort, mit uns gegenseitig. Ja, und wisst ihr, keiner von uns, kein Mensch überhaupt hat die Kapazität, alle Erfahrungen und alles, was Gott hat und geben will, in einem Leben zu leben. Ja, es gibt hier Geschwister von uns, die haben viele, viele Jahre lang unter einer bestimmten Krankheit gelitten oder leiden, zum Teil noch. Die Erfahrung kann ich jetzt so nicht machen. Es gibt Geschwister, die sind, sagen wir mal, betrogen worden in Lebensbereichen. Verstehst du, jeder hat seine Bereiche, die er mit Christus, mit Gott erfahren hat. Und es geht darum, dass wir unsere Bereiche haben und wir können aber Anteil nehmen aneinander und an dem, was Gott gemacht hat im Leben des anderen. Weil der eine hat zum Beispiel, sagen wir mal, eine Sucht überwunden, der andere eine Minderwertigkeit, der andere eine Unvergebenheit, der andere, wie gehe ich mit einem Betrug um, wie gehe ich mit einer chronischen Krankheit um. Und all diese Dinge. Und jeder hat bereits Erfahrungen von dem Christus in sich. Und da ist jetzt keiner, der, und man darf diese Erfahrungen nicht gegeneinander ausspielen, meine sind wichtiger als deine. Verstehst du, was für dein Leben wichtig und lebensrettend war, muss jetzt nicht zwangsläufig für mein Leben wichtig und lebensrettend gewesen sein. Und trotzdem ist es der gleiche Christus, weil Christus sich durch seine vielen, also durch die vielen Brüder in irgendeiner Weise zum Ausdruck bringt. Und indem wir aneinander Anteil haben, selbst wenn ich diese Erfahrung nicht so lebe und gelebt habe, ist es trotzdem mein Anteil mit, weil wir sind ein Teil eines Ganzen. Und extrem klar ist mir das geworden mit unserer geliebten Schwester Christa. Die hat in ihrem Leben ein Lebenszeugnis mit Gott aufgerichtet. Und obwohl sie nicht vorne steht und nicht predigt, und obwohl sie vielleicht gar nicht so sehr viel sagt, ist dieses Zeugnis von ihr trotzdem in der Gemeinde drin. Also du musst nicht immer nur jetzt da predigen oder die anderen belehren. Es genügt, dass dein Zeugnis da ist und in einer Lebensbeziehung, wenn du zueinander stehst, fängt man automatisch an, mal drüber zu reden. Oder einer erzählt einem über eine bestimmte Situation, wo man vielleicht hängt oder wo man gerade ringt damit. Und dann kommt das ganz automatisch, dass man sagt, weißt du, mir hat in so einer ähnlichen Situation das und das geholfen. Lass uns beten. Du kannst nicht die Methode vom anderen übernehmen, aber du kannst, ich sag es mal so, den Geistraum, den der andere schon beackert hat, wo er schon was von Christus angebaut und geerntet hat, von dem kannst du partizipieren. Und das macht dir vielleicht Hoffnung, dass du in deiner Situation bist du nicht allein. Ich hatte einmal eine junge Schwester, die gesagt hat, du weißt gar nicht, was ich alles erlebt habe. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du weißt gar nicht, was die Geschwister in der Gemeinde schon erlebt haben. Es gibt nämlich hier überhaupt gar keinen Einzelnen, der nicht schon wirklich Themen in seinem Leben erlebt hat. Also hier gibt es gar keinen. Es gibt überhaupt gar keinen Menschen, der nicht schon Dinge erlebt hat, die ihn herausgefordert haben, die ihn verletzt haben, die ihn zum Verzweifeln gebracht haben etc. Den gibt es gar nicht, diesen Menschen. Aber damit, dass du siehst, ich bin gar nicht allein. Und der eine konnte es überwinden oder der andere betet für mich. Damit nimmst du Anteil. Und diese geistliche Art ist wirklich etwas, wofür man sich entscheiden muss. Und das sind Ängste ganz oft. Ich kann mich nicht mehr öffnen. Ich bin so enttäuscht worden. Oder ich bin so mies. Was habe ich schon zu geben? Oder ich bin so großartig. Was soll ich mit den anderen allen? All das stimmt nicht. Das ist alles der alte, natürliche Mensch. Ja, der fühlt sich manchmal großartig und manchmal total minderwertig. Und der hat schon heftige Dinge erlebt. Und der hat Angst vor verbunden werden. Und der hat Angst vor wieder verletzt werden. Und der hat Angst vor wieder enttäuscht werden. Und, 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 und. Aber das ist doch der alte Mensch. Wir sind doch nicht schuldig, diesen Menschen zu leben mehr. Der Herr sagte, ich gebe dir doch einen Neuanfang. Lass doch mich der Neuanfang jetzt sein, wenn du merkst, zum Beispiel, ich kann nicht mehr vertrauen. Dann lass mich doch der Neuanfang, die Gnade für den Neuanfang ist heute, jetzt in dieser Stunde. Das ist nicht, dass du sagst, nein, das war vor zehn Jahren mal und heute passiert es nicht mehr. Sondern der Herr gibt uns jeden Tag. Jeden Tag. Solange diese Gnadenzeit jetzt ist. Und sie ist noch. Den Punkt für den Neuanfang. Und wenn du anstößt und jeder stößt bei sich und seinem alten Menschen an irgendeinem Punkt an und nicht nur einmal, sondern hundertmal. Aber der Herr sagt immer wieder, ich gebe dir einen Neuanfang. Ich gebe dir einen Neuanfang. Ich gebe dir einen Neuanfang, wo du da nicht drüber geben kannst. Und wisst ihr, die Gemeinde wird aufgebaut durch unsere geistliche Gemeinschaft. Haben wir nur Gemeinschaft auf der natürlichen Ebene, dann sind wir nichts anderes wie ein christlicher Club. Ja, eine Interessensgemeinschaft. Uns gefällt halt das und dann machen wir das. Der Dackelzügeverein, der mag Dackel und das verbindet uns. Ja, und wir mögen irgendwie Christus und das verbindet uns. Aber das stimmt nicht. Es ist eine geistliche Sache. Es sind nicht äußerliche Dinge, die uns einen. Sondern es ist der innere Geistfluss. Und wisst ihr, wir sind in der Wiedererlangung. Und vielleicht ist manchen von uns gar noch nicht klar, was ist denn jetzt die Wiedererlangung? Die Wiedererlangung ist nicht eine spezielle Lehrausrichtung oder eine Denomination, die der Watchmen nie gegründet hat. Oder irgendwie sowas. Die Wiedererlangung ist das geistliche Vorangehen Gottes in Menschen, was zu dem Ziel führen soll, dass er viele Gottmenschen hervorbringt, die dieses Zeitalter beenden, sodass er wiederkommen kann, das tausendjährige Reich kommen kann und am Schluss des tausendjährigen Reiches das neue Jerusalem. Und dann, wie es dann weitergeht, das werden wir dann erfahren. Aber das ist die Wiedererlangung. Und was der Herr wiedererlangen will, das ist diesen korporativen Ausdruck. Und wisst ihr, gleich unmittelbar nach dem Sündenfall kam schon Spaltung. Die Frau, die du mir gegeben hast, der Mann, verstehst du, die Brüder fangen an zu streiten, das ist der Ausdruck Satans. Aber der Ausdruck Christi ist Einigkeit. Ist Einigkeit so, ihr sollt eins sein, so wie ich mit dem Vater eins bin. Das ist ein Ausdruck. Und eine Sache, die dir vielleicht gar nicht so klar ist, wie du Fürsorge, also in geistlicher Art, und natürlich sollten auch praktische Hilfeleistungen oder Unterstützungen nicht fehlen, weil Liebe braucht immer einen gelebten Ausdruck. Liebe, die man nicht merkt, ist es wie, wenn ich sage, ich habe viel Geld und laufe rum wie ein Bettler. Dann ist es so, als ob du es nicht hättest. Oder Freude, die man nicht merkt, ist keine Freundin. Das ist ein Witz. Also alles hat einen Ausdruck. So hat die Liebe auch einen Ausdruck. Und eine Sache, die ich wirklich beobachtet habe, also wie gesagt, neben Gebetstreffen, und da kann man ruhig einen Kaffee trinken und einen Kuchen essen, das ist jetzt nicht so arg, aber bleib nicht bei dem im Vordergrund. Man kann auch einen Spaziergang machen oder eine Bergtour machen miteinander, aber bleib nicht im Vordergründigen bei dem. Man darf ruhig ein bisschen auch Spaß haben dabei, aber bleib nicht im Vordergründigen stehen, sondern schau, dass eine geistliche Gemeinschaft wird. Und zum Beispiel eben durch ein geistliches Studium oder ein Beten lesen. Es muss nicht immer, wir machen das jetzt 24 Stunden am Tag, das kann ja gar keiner aushalten, sondern es können kleine Momente sein. Wir rufen uns um 10 Uhr zusammen und lesen einen Vers, beten 10 Minuten, preisen den Herrn und dann gehen wir wieder auseinander, weil wir haben ja auch noch ein Leben zu bewältigen. Solche Dinge, eine Vitalgruppe, miteinander sich geistlich treffen oder eben auch einen Dienst übernehmen für die Gemeinde, den Kindern dienen. Es gibt so viele Dinge, die so im Hintergrund laufen, wo du sagst, ich nehme Fürsorge. Aber eine Fürsorge, und das möchte ich wirklich nochmal ansprechen, weil es vielleicht gar nicht mehr so klar geworden ist, ist das Mitteilen, das wir haben. Das Mitteilen ist nicht ein Programmpunkt, den man jetzt auch noch irgendwie absitzt nach einem langen Tag. Das Mitteilen, wo du Christus austeilst, nicht dich selbst, sondern Christus. Auf deine Art, so wie Christus mit dir gewirkt hat, ist Fürsorge, geistliche Art, für die Gemeinde. Und ich habe über Jahre jetzt beobachtet, wer sich generell und grundsätzlich aus der Morgenerweckung rausnimmt, der es grundsätzlich nicht liest und grundsätzlich nicht mehr mitteilt. Ich habe beobachtet, der wächst nicht. Er wächst nicht, wie er könnte, wie er sollte, wie es möglich wäre. Und warum? Du nimmst dich aus dem geistlichen Fluss der Gemeinde raus und wir haben jetzt über Jahre ja die Morgenerweckung beobachtet und sind immer wieder geschockt, verblüfft, wie passend es auf die Situation in der Gemeinde passt, dass man sagt, das hätte man gar nicht planen können so. Wow, wie gibt es das nur? Warum? Weil der Heilige Geist dahinter steckt und es ist sorgfältig zubereitete, portionierte Speise. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man alles schon versteht oder mit großartigen Worten das wiedergibt. Wir sind nicht an der Universität, wo ich jetzt abgehakt werde, aha, das musste kommen, das musste, nein, es geht darum, dass ich mal mir klar mache, mitteilen, ist geistliche Fürsorge für die Geschwister. Und wenn du dich aus diesem Fluss rausnimmst, dann verpasst du auf der einen Seite diese gute Speise, die allein schon in der Morgenweckung ist und du gibst deiner Seele Raum, weil ich mag das nicht, das interessiert mich nicht oder ich kann nicht so mitteilen und für manche ist mitteilen, sterben auf Raten oder war es. Für manche ist mitteilen alles mögliche, aber für manche ist es auch wirklich geistliche Speise und ich bin genährt, aber ich bin erst genährt, seit ich achte, was die Geschwister sagen und nicht schon mit einem Fuß raus bin, sondern ich höre dem zu und weißt du, vielleicht ist es nicht immer großartig vordergründig. Wenn du das merkst bei Geschwistern, dann bete oder griff dich mit ihm und ihr macht mal gemeinsam die Morgenweckung, es ist immer wieder beeindruckend, was man von Geschwistern ausgeteilt kriegt, wenn man einfach mal was zusammen macht und natürlich wird man selber offenbar, wo stehst du geistlich, teilst du Leben aus, teilst du Christus aus oder teilst du Wissen aus oder teilst du dich selber aus oder teilst du irgendwas aus, der geistliche Fürsorge ist im Geist, geistliche Fürsorge. Aber weißt du, wenn du nicht großartig mitteilst, dann bete doch selber dafür, dass dein Mitteil geistlicher wird oder öffne dich den Geschwistern, dass sie für dich beten. Ich stehe da an, ich stehe da einfach an und dann wendest du dich automatisch dem Geist zu, wenn du für andere betest, anstatt zu beurteilen, was ist denn da jetzt wieder rausgekommen, interessiert mich nicht und muss es so lang sein, das ist die Seele. Aber wenn du in der Seele bleibst, hast du keinen geistlichen Zuwachs. Aber wenn du dich, angenommen, es ist jetzt wirklich ein Chaos, was der andere sagt, dann wende dich in dem Moment einfach dem Geist zu und du wirst trotzdem genährt, weil du wirst von dem Herrn dazu gebracht, dass du dich dem Geist zuwendest, dem inneren Geist zuwendest. Schenkst du dir das alles, erwartest du nichts mehr, empfängst du auch nichts. Aber du empfängst so oder so, ob das Mitteilen gut ist, empfängst du vom Mitteilen. Ist das Mitteilen nicht großartig, empfängst du die Gnade von Gott und dann wendest du dich ebenfalls der geistlichen Versorgung zu. Das Schwierig, das Größte, wisst ihr, und Mitteilen braucht Demut auf der einen Seite, weil du wirst offenbar, auch vielleicht in deiner Selbstüberschätzung, in deiner Arroganz oder in deinem mangelnden geistlichen Leben. Du brauchst Demut und Zuhören in Wertschätzung und vom Kleinsten meiner Geschwister und vom Größten meiner Geschwister zu empfangen, braucht ebenfalls Demut. Und weil wir in unserem natürlichen Menschen nicht demütig sind, sondern stolz und überheblich, wie auch immer sich das zeigt. Ich kann auch, ich bin zu schlecht, ich kann total stolz sein. Brauchst du die Gnade, das ganze geistliche Fürsorge, wirkliche geistliche Fürsorge, die zum Aufbau des kooperativen Christus, das er durch uns im Gesamten zum Ausdruck kommt, brauchst du die Gnade, brauchst du etwas, wo du dir dem Herrn zuwächst und sagst, weißt du, ich kann den ihn nicht lieben, ich kann ihn nicht mal mögen, ich brauche deine Gnade. Jesus setzt den Maßstab so hoch, dass er nicht erreichbar ist, was sagt, liebet eure Feinde. Wer kann das aus sich? Niemand. Man kann bestenfalls so tun, als ob. Jesus kann und nur er kann und er will es in uns bewirken und so ist es mit den Gemeinden, mit dem Gegenseit in der Gemeinde und wisst ihr, vielleicht hast du jetzt nicht die Zeit oder die Kapazität oder du wohnst weit weg und du sagst, ich würde mich ja liebend gern mit den Geschwistern auf den Kaffee trinken oder was, treffen einfach so, aber du kannst durch Gebet Anteil nehmen, du kannst durch dein Mitteilanteil durch dein Mitteilanteil nehmen und Fürsorge, Fürsorge in die Gemeinde hineingeben und wisst ihr, wofür man sorgt, wofür man einen Preis bezahlt hat, wo man Zeit investiert hat, wo man Gebet investiert hat, wo man vielleicht sogar Geld investiert hat, das wird einem kostbar. Wenn du anfängst in dein geistiges Leben zu investieren und in das mit den Geschwistern Zeit hineinzubringen, Gebet hineinzubringen, ein Gespräch mal zuhören, dass man überhaupt einmal versteht, warum tickt der so, warum ist der so struppig, dornbuschmäßig zu mir, warum komme ich den anderen nicht ran, du weißt gar nicht was er verwunden mit sich trägt, dann bete und wo du dich investierst, durch Gebet, durch Gemeinschaft, das fängst du automatisch an zu leben, es wird in gewisser Weise deins, ja, du kriegst, da gibt dieses Wort Ownership, also du bist der Eigentümer, nicht jetzt falsch verstehen, sondern es wird zu deinem, weil es eine Wichtigkeit erlangt, weil die Geschwister Teilhabe, ja, genau, weil die Geschwister werden dir wichtig, die Gemeinde wird dir wichtig, kommst du nur als Besucher, der sich berieseln lässt, dann ist es nicht wichtig, dann ist es so optional, ob du kommst oder ob du nicht kommst, kann ich haben, kann ich nicht haben, aber wenn du merkst, hier sind meine Geschwister und der Christus in der Karina ist so einzigartig und ich brauche den und manchmal wirklich, der hat mich über Jahre geschult, indem er zum Beispiel oft irgendeinen Satz, wo jemand mir irgendwie so nebenbei irgendwas erzählt hat, auf einmal stieg das in meinem Geist auf, das war gar nicht so, das muss ich mal aufschreiben, das war so kostbar und das darf ich nicht verpassen, der macht irgendwas, sondern auf einmal holt der Heilige Geist es raus und sagt, wow, wow, ist das nicht ein Hammer, was mir, was weiß ich, die Maria Luise erzählt hat, ist das nicht, wow, Herr, wow, wow, ist das großartig und auf einmal wird dir etwas kostbar, was du vorher gar nicht sehen konntest, da wo dein Schatz ist, ist dein Herz und das ist nicht nur das Geld, sondern da wo du investiert hast, da wo du gebetet hast, wo du vielleicht vor dem Herrn geweint hast, für den, nicht wegen dem oder vielleicht auch wegen dem, weil es dich so getroffen hat, ja, aber wo du mit dem Herrn durchgegangen bist, dort hast du einen geistlichen Mehrwert erwirtschaftet, wenn man das mal so beriefwirtschaftlich sagen darf und dieser Mehrwert, der kann zu den anderen fließen und wisst ihr, diese Woche in der Morgenerweckung und jetzt nehme ich gleich schon mein Mitteil mit rein, der Grund des Abfalls von die Ursache, die ganz ursprüngliche Ursache für den Abfall vom Stamm Dahn war, er kümmerte sich nur um sich selbst und die Welt sagt, natürlich muss das so sein, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, das ist ein gottloses reden, das ist, ich kann es aus eigener Kraft, das ist Satan pur, der sowas daherredet, aber wenn du anfängst für die anderen zu kümmern, so als ob sie direkt Christus wären, stell dir vor, du könntest dir zum Beispiel den Christus innerlich glinde sehen, würdest du ihm nicht mit Wertschätzung und Ehrerbietung und Liebe begegnen, den Bruder, den du siehst, es ist so leicht zu sagen, oh Jesus, ich liebe dich, weißt du, das ist oftmals so diese Fantasie, Jesus, irgendwo, im Orbit, der macht auch nichts falsch und der sagt mir auch nichts Dummes oder der ärgert mich nicht oder irgendwas, aber was ist mit dem Bruder, in dem genau dieser Jesus lebt und der Schwester, kann ich dir auch so begegnen? ich kann mir an eine Situation erinnern, wo ich zu Hause mal das Bad geputzt habe und rumgeknurrt habe und der Herr sagt, was ist, wenn du es für mich putzen würdest und alles knurren war zu Ende. Wenn es der Herr Jesus wäre, der hier Gesabber gemacht hat, würde ich nicht knurren, sondern würde sagen, klar, mache ich, aber kannst du es für deinen Nächsten und mein Ehemann ist auch mein Nächster, also mein Bruder, der ist noch mehr Bruder als Ehemann, versteht es nicht falsch, die Ehe wird endlich sein, wenn wir sterben, ist die Ehe zu Ende, aber in Ewigkeit werden wir im Leib Christi zusammen sein, das ist noch was anderes. Okay, und wisst ihr, der Dan hat es gar nicht so schlecht gemeint, der hat gesagt, ja, wir machen mein eigenes Anbetungszentrum, wir ersparen uns den Weg nach Jerusalem, das ist so gar nicht so schlimm und ich meine es ja auch gut und wir können doch auch und wir haben doch auch Gott und ich brauche ja eigentlich nur mich und das, was wir haben und letztendlich hat es zur Spaltung von Israel geführt und dann in der Konsequenz, dass von den zwölf Stämmen zehn Stämme, also wirklich richtig viele weggerissen wurden und niemals wieder hat sich Israel davon erholt, so wirklich. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt nochmal, warum ist diese geistliche Gemeinschaft so wichtig? Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist es, es rettet dich von deinem Individualismus, von deinem Stolz und Rebellion und es rettet dich in erster Linie davor, es dir in deinem Seelenleben bequem zu machen. Warum? Weil du kommst zwangsläufig, zwangsläufig, immer, immer, immer in 100% von 100 Fällen an dein inneres Ende. Irgendeiner nervt dich schon so, dass du nimmer kannst, irgendeiner stellt sich schon so doof an, irgendeinen magst du schon nicht, also das ist einmal ganz sicher. Und wenn du dich davon zurücknimmst und die Seele sagt dir erst, das muss ich mir doch nicht antun, also mit dem blöden X muss ich mich doch nicht treffen, muss ich mich doch nicht antun, dann gibst du deinem Seelenleben den Raum, der dir sagt, also das musst du dir nicht antun, Gott darf damit mit überhaupt nichts sagen, weil er sagt, doch, du musst es dir antun und meine Gnade nehmen dafür, meine Gnade brauchst du, dass du es dir antun kannst. Ich will ja gar nicht hier die Gruppe haben, die sich piep, 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 wir haben uns alle lieb, wir verstehen uns doch so gut, das ist doch nur auf der natürlichen Ebene und da gibt es schon Gruppen, die sich ganz gut verstehen, aber selbst wenn du dich gut verstehst und es bleibt auf der natürlichen, seelischen Ebene, bringt es keinen geistlichen Mehrwert, aber eine Beziehung, die durch Weint, durch Rungen, mit Gott bearbeitet, in Gebet, in Demütigungen, in sich selber vor Gott Demütigen durchgegangen ist, die hat einen geistlichen Mehrwert und der ist großartig. Solche Beziehungen sind unkaputtbar. Auf sowas kannst du bauen. Verstehst du, wenn die Liebe Christi mit dich, mit jemandem verbindet, wo du genau weißt, im Natürlichen hätte mit dem nichts zu schaffen, dann weißt du, bist du auf einem Grund, der ist nicht erschütterbar. Und selbst wenn der Morgen was ganz Doofes sagt und ich was noch Dooferes dazu sage, ist die Liebe, das Band der Liebe, dieses Band, das nur Christus hat, viel stärker. Und wisst ihr was? Die Gemeinde hat gar nichts, also die Geschwister in der Gemeinde hat mit unserer Wahl gar nichts zu tun. Es ist Gottes Wahl. Gott hat die Wahl getroffen und hat uns aus allen möglichen Winkeln und Ecken, zum Beispiel jetzt hier physisch vor Ort zusammengeführt. Da hatte ich gar nichts mitzureden, weil wenn es nach mir gegangen wäre, ihr wollt gar nicht kommen und so ging es anderen auch. Und irgendwie hat es der Herr geschafft und hat den einen aus dem Eck gezerrt und den anderen aus dem Eck gezerrt und uns zusammengestellt und wir würden, wenn wir uns jetzt einfach so irgendwo treffen, mit den meisten Leuten gar nichts gemein haben. Und das ist gut so, weil das bewahrt uns davor, dass wir in so natürliche Klüngeleien verschwinden, sondern es zwingt uns förmlich mit der Andersartigkeit des anderen und wir sind ja für den anderen auch andersartig umzugehen und dort einen gemeinsamen Weg zu finden und dafür brauchst du den Gnade. Und es ist auch so wichtig, dass wir sehen, dass die geistlichen Erfahrungen unserer Geschwister, wenn du mit ihnen in einer Lebensbeziehung stehst und nur dann, kommen sie dir in irgendeiner Art und Weise zugute. Und es ist oft extrem geheimnisvoll, wie das wirkt. Auf einmal merkst du, es floss was und manchmal merkt man es noch nicht mal und trotzdem kommen es dir zugute. und du bist geschützt dadurch. Du bist geschützt dich in Dinge zu verrennen. Du bist geschützt davor dich in Dinge zu verrennen, wo du einfach wirklich gar nicht merkst, dass du auf irgendeinem Fehlplatz bist, wo du auf einmal merkst, zum Beispiel ein politisches Thema oder ein Umstand, der reißt mich weg wie ein Strudel in sich hinein und plötzlich finde ich den Weg nicht mehr zurück. Aber wenn du einen Bruder, eine Schwester hast, die dich kennt, mit der du in guter Beziehung stehst, die wird dann mit dir reden und wird sagen, wo bist du eigentlich geistlich geblieben? Halleluja, lass uns mal zusammen den Herrn genießen. Nicht, indem ich dich runterwatsch und dir sage, was du alles falsch machst. Nein, komm, lass uns mal beten miteinander. Oder du merkst, wo rennt der Bruder hin, was macht der gerade mit seinem Leben? Hilfe, das sind Fehlentscheidungen. In dir macht es ganz komische Gefühle und du gehst einfach zum Herrn und betest für ihn. Und das schätzt nicht, das Gebet füreinander. Oh, Herr Jesus, und weißt du, in der Gemeinschaft mit anderen werden wir zu Ende gebracht, in unserem natürlichen Leben. Und nur wenn wir in unserem natürlichen Leben zu Ende gebracht werden, kann ja die Auferstehungskraft, die Gnade wirklich fließen. Vorher sind wir ja noch selber stark oder selber schwach oder selber 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 irgendwas. Aber wenn die Gnade Gottes fließt in unseren Beziehungen, dann hat Christus einen Ausdruck, der weit über das, was ich oder du als Privat Einzelperson haben könnte. Und in diesen Situationen wirst du gestärkt, in deiner persönlichen Lebenssituation, wo du stehst, mit deinen Kindern, am Arbeitsplatz, mit den Herausforderungen, wo du halt immer damit konfrontiert bist. Es stärkt dich, es schützt dich. Und weißt du, du kannst dann nicht so, wie du willst. Du wirst zusammengebunden mit jemandem. Und das ist anstrengend manchmal, weißt du, dann ist es so, du hast vielleicht einen, der ist viel schneller als du, der ist schon geistlich woanders und das ist anstrengend. ja, da will man dann die Minderwertigkeit will sagen, ich hab's eh nicht oder bei dem ist es ja ganz leicht, verstehst du, Sehenleben hat immer irgendwelche Ausflüchte, aber du kannst auch die Gnade nehmen und sagen, Herr, ich möchte da mithalten, ich möchte mit der Geschwindigkeit von einem X oder Y mithalten, Halleluja, gib mir die Gnade dafür, ich nehme von dem, ich halte mit ihm mit, oder im anderen Punkt, der ist viel langsamer als du, dann musst du dich koordinieren, dann musst du langsamer werden, ja, wisst ihr, und um das geht's, und dafür brauchst du genauso die Gnade, wir brauchen die Gnade, und was meine ich, wenn ich sage, wir brauchen die Gnade, wir wenden uns Christus zu, und nehmen von ihm die Kraft und die Versorgung, in dieser Situation geistlich voranzugehen, zu gehen, und dann wirst du, du wirst in dem Prozess, wirst du hinterfragt, du wirst offenbar gemacht, in deiner Stärke, in deiner Schwäche, und in unserer Schwäche offenbar gemacht werden, wollen wir nicht so gerne, wir wollen stark und unabhängig sein, aber weißt du was, die Schwäche ist trotzdem da, auch wenn du stark und unabhängig sein möchtest, die Schwäche ist trotzdem da, es geht nicht darum, stark oder schwach im Natürlichen zu sein, es geht darum, im Geist zu wachsen, um das geht es, und oft sind wir zu stark in uns selber, und vertrauen noch auf uns, und denken, wir können es noch alleine, wir können bis zu einem bestimmten Punkt alleine, genauso wie bis zu einem bestimmten Punkt geduldig sein können, oder lieben, oder freundlich sein können, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, und der ist je nach Situation und Disposition von uns Menschen unterschiedlich, aber es ist trotzdem nur der natürlichen Mensch, es nutzt ja nichts, ob du jetzt bei, wenn ich es mal auf einer Skala sagen darf, bei zwei die Geduld verlierst, oder bei neuneinhalb die Geduld verlierst, irgendwann bist du ans Ende gebracht, irgendwann, und genau das ist das, was Gott will, Gott will uns ans Ende bringen, damit er den Ausdruck hat und alles sein kann, und dann haben wir die Gemeinde, und nicht wenn wir ein Interessenclub sind, wo wir uns alle lieb haben, in Anführungszeichen, oder so tun, das nennt man Heuchelei, und Heuchelei ist wie Sauerteig, der langsam alles durchsäuert, und das Gute kaputt macht, und das ist jetzt nicht, was der Herr will, und wisst ihr, in der Vergangenheit hat man manchmal versucht, so von außen durch Regelungen, eine Einheit zu schaffen, wir sprechen alles das Gleiche, wir ziehen uns alle gleich an, wir machen alle das Gleiche, wenn der eine das sagt, stehen wir alle auf, und wenn der andere das sagt, dann setzen wir uns alle wieder hin, und sowas, und das ist auch nur natürliches Leben, das ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist Gottes, der kann uns gleich machen, nämlich sich selbst, und dann sind viele Dinge, wo wir so Anstoß nehmen, oder wo wir uns im Natürlichen ärgern würden, oder wo uns halt einfach nicht passt, überhaupt nicht mehr wichtig. Wenn du den Christus im Anderen sehen kannst, und die Zuversicht in deinem Herzen hast, also diesen Glauben, und diese Zuversicht, der Christus kommt mit dem, oder der schon zum Ziel, genau wie er mit mir zum Ziel kommt, und manchmal fällt es einem ja am schwersten, bei sich selber zu glauben, dass Gott ans Ziel kommen kann, dann ist es nicht mehr so wichtig, ob ich mag, wie der betet, oder ob der mag, wie der singt, oder mag, wie der mitteilt, das ist alles nicht mehr wichtig. Du siehst, der Christus ist im Werk, am Werk, der Christus macht gerade was, er baut gerade seine Gemeinde auf. Und dieses Gleichmachen im Außen, das funktioniert überhaupt nicht. Das hat die Kirchengeschichte und alles andere, die politische Geschichte hinlänglich gezeigt. Immer wieder sind Systeme aufgestiegen, die dann alles gleich machen wollten. Das funktioniert nicht im natürlichen Menschen. Im Geist Gottes, da funktioniert es. Das ist das, was Jesus betet, damit sie alle eins seien, wie wir eins sind. Und vor Jahren hat der Herr mal zu mir gesagt, der Teufel kann alles kopieren. Er kann Zeichen und Wunder, er kann Herrlichkeit kopieren, er kann alles kopieren. Aber eines kann er nicht. Er kann nicht einig sein. Er kann nicht einig sein. Er kann keine Einheit hervorbringen. Gott lebt, seit es Gott gibt, die Einigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott ist in sich einig und geheimnisvoll doch drei. Aber ein Ausfließen des Lebens Christi in uns, durch uns, zeigt sich in Einigkeit. Ein Ausfließen des Lebens des Satans, und das ist in unserer Seele, in unserem Seelenleben ganz oft, weil mich einfach irgendwas ärgert und jetzt mag ich es einfach nicht mehr so haben, ist immer Spaltung. Und du kannst dem vorbeugen, indem du dich den Situationen aussetzt, wo du auf die Gnade geworfen wirst, weil du das selber nicht mehr klären kannst und dich konkret mit den Geschwistern vermengst, wie wir das so schön sagen. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, sag mal, du Seelen, du hast überhaupt keine Ahnung, was in meinem Leben alles vorgeht und wie voll mein Tag schon ist. Da bräuchte ich eh schon 48 Stunden pro Tag. Wo soll da noch irgendwie eine Kapazität frei sein? Und wisst ihr, in Lukas Kapitel 21, da redet Jesus darüber von der Zeit, bevor er wiederkommen will. Da gibt es bestimmte Zeiten, Zeichen und Mahnungen, Ermahnungen von Christus. Und er sagt in Vers 34 folgendes, Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstreck. Denn er wird über alle kommen, die auf dem Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und Völlerei und Trunkenheit steht in gewisser Weise davon, dass man sich so vom Leben, weil es ist das gute Leben. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo es gute Leben durchaus seine verführerischen Dinge hat. Man könnte ja jetzt auch am Sonntagnachmittag irgendwas ganz anderes tun. Es gäbe schon irgendwas Tolles, was einem Spaß machen würde. Und die Lebenssorgen. Und das Lebenssorgen sind jetzt nicht nur zwangsläufig die Sorgen. Mein Kind ist krank, ich mache mir Sorgen. Sondern es sind einfach die Angelegenheiten des Lebens. Wie Berufstätigkeit, wie Familie, wie Kinder, wie persönliche Gesundheit, wie Hobbys. All diese Dinge oder politische Themen, die einen bewegen oder was einen immer auch bewegt. Lasst euch nicht davon in Anspruch nehmen. Über die Maßen. Ja, wir müssen unsere täglichen Dinge machen. Da ist jetzt keine Diskussion. Aber welche Priorisierung hat es? Und ganz ehrlich, manches, was wir jetzt so wichtig empfinden, was so wichtig ist, was wir tun müssen, ist natürlich gar nicht so wichtig. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere, und er hat ja vorher gesagt, das Essen, die Versorgung und all das, wird euch hinzugefügt werden. Priorisierst du dein Leben darauf? Und wir alle, die das tun und wirklich leben, und das ist bei jedem Einzelnen an jedem Tag ein Kampf, weil der Tag hat immer, der geht immer vorbei und irgendwas saugt schon an dir, was du tun musst oder meinst tun zu müssen, priorisierst du es, trachtest du zuerst nach dem und Gott gibt die Gnade für die Dinge, die wir erledigen müssen. Wir haben einen Beruf, wir haben einen Haushalt, wenn du kleine Kinder hast, dann kannst du dir nicht den Schrank sperren und sagen, die sind da, das ist einfach so oder wenn du Familienmitglieder hast, die du versorgst oder irgendwas, das musst du schon machen, aber Gott gibt eine spezielle Gnade dafür, dass du nicht davon aufgefressen wirst. Und wisst ihr, ein Beispiel ist Paulus. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle. Und wenn man das mal so sieht, was der Paulus gemacht hat, der hat im Morgengrauen gelehrt, hat dann gearbeitet, hat in der Mittagsruhe wieder gelehrt, hat wieder gearbeitet und am Abend wieder gelehrt, also dem sein Tag hatte möglicherweise 18 bis 19 Stunden. Und wie hat er das gemacht? Und dann sagt er noch, betet alle Zeit. Unaufhörlich. Ja, wie jetzt? Er hat einen Weg gefunden, in dem er priorisiert. In dem er priorisiert. Und wie du das in deinem Leben machst, tauscht dich mit den Geschwistern aus, welche Siege sie in diesen Bereichen errungen haben. Wo sie, wenn sie einen vollen Tag haben mit kleinen Kindern zum Beispiel und Berufstätigkeit und Fahrtweg und was man halt so alles machen muss in gewisser Weise, wo haben sie denn ihre Lücken gefunden? Und auf einmal kriegst du vielleicht eine Idee und sagst, das könnt ihr ausprobieren. Und fang mit kleinen Dingen an, fang jetzt nicht mit den großen Sachen an. Und die Angelegenheiten des täglichen Lebens, das ist ein Sog und den hat jeder Einzelne, ob das jetzt wichtige Dinge oder unwichtige Dinge sind. Der Sog der Zeit, gerade in den Medien, der saugt dich weg. Das merke ich immer wieder selber. Jetzt gerade die ganze Berichterstattung, vorher jahreweise Corona, jetzt der Krieg, du könntest dich einsaugen lassen von denen. Und wo bist du nach Stunden? Und wie fühlst du dich danach? Hast du dann was gegeben? Natürlich, ich informiere mich auch über das politische Geschehen und dann muss es auch wieder gut sein. Das ist nicht meine Priorität des Tages. Und wisst ihr, es ist tatsächlich eine Entscheidung, wie priorisiere ich mich? Und es ist nicht einmal eine Entscheidung, die man getroffen hat, sondern wieder und in wieder und in wieder und wieder und wieder in tausend kleinen Situationen. Ich priorisiere mein Leben hin. Ich priorisiere das hier wenigstens. Zum Beispiel einmal die Woche mit irgendeinem Geschwister, wo ich jetzt noch gar keinen Kontakt habe, Kontakt aufnehme. Mal mit ihm einfach zehn Minuten bete oder beten lese oder irgendetwas mache. Raus aus dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ich weiß, dass viele Geschwister das schon machen untereinander und die haben eine großartige Zeit. Und das ist super. Wenn du es noch nicht machst, lass dir helfen von denen, die es schon machen. Ruf halt mal, trink mit ihnen einen Kaffee und wenn es nicht passt, weil du da wohnst und der andere wohnt halt da, dann telefoniere mal oder fang an, ihn zu bebeten. Herr, ich weiß nicht, was den und den bewegt, aber Herr, Herr, hab einen Weg. Herr, ich danke dir, dass du dich verherrlichst. Herr, ich preise dich und du wirst sehen, du wirst anfangen, die Geschwister zu lieben wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Die Liebe wächst automatisch. Und da ging es auch um Mephesa am Anfang. Die Liebe. Die Liebe fest gegründet in der Liebe. Und gewurzelt. Und wisst ihr was? Wir sind in der letzten Zeit. Der Herr will und wird, er hat es vorher gesagt, es wird geschehen. Betet, dass ihr wach seid, seid wach und betet, dass ihr dem entfliehen könnt. Der Herr wird dieses Zeitalter beenden. Und die Wehen davor werden immer stärker. Und glaubt nicht, weil Corona jetzt nicht mehr in aller Munde ist, dass es nicht andere Themen geben wird. Und wenn ihr mal lest in Matthäus 24, dann werden da gewaltige Dinge kommen und viele Dinge sehen wir schon. Und es wird nicht mehr weniger werden. Sondern der Herr lässt das zu, damit, damit seine Gemeinde in Herrlichkeit hervorkommt. Damit gesehen wird, Jesus sagt, an der Liebe zueinander werden sie euch erkennen. Ja, was ist das für eine Liebe, die keinen Ausdruck hat? Liebe hat einen Ausdruck. Also, ich kann nicht erkennen, dass mich jemand liebt, wenn der nie ein Wort mit mir redet. Wie soll man das dann sehen? Das geht ja nicht. Und Jesus sagt, ihr könnt einfach im Kapitel Matthäus 24 einfach mal lesen, was diese Wehen sein werden. Aber er sagt, er sagt in Vers 12 dann, dass die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe zueinander erkalten wird. Und warum wird die Liebe erkalten? Also A, muss dann vorher schon mal eine Liebe gewesen sein, weil sonst können sie ja nicht erkalten. Ja, die Liebe unter den Geschwistern. Warum? Indem ich Anstoß nehme oder indem ich einfach von den täglichen Lebenssituationen so in Anspruch genommen werde, dass ich keine Zeit mehr habe, für den zu beten oder den mal anzurufen oder ihm mal ein gutes Wort oder ein WhatsApp zu schicken, weißt du, ich denke an dich. Und es gibt Geschwister, die machen das regelmäßig und die sagen, kann ich was für dich beten? Oft habe ich mal nichts, aber wenn, weiß ich, kann ich mich da hinwenden. Und jeden einzelnen Tag geht bei uns, bei jedem einzelnen, der Kampf um die Zeit und um die, was tun wir mit unserer Zeit? Also die Priorisierung. Was ist das Erste in unserer Zeit? Und wisst ihr, dem Feind ist es völlig egal, eigentlich mit was du dich beschäftigst. Hauptsache, du beschäftigst dich nicht mit deinem geistlichen Leben mit Gott. Das müssen jetzt nicht unbedingt immer zwangsläufig sündige oder böse Dinge sein. Wenn er das machen kann, wenn er dich da hineinführen kann, umso besser, weil dann wird er dazu sorgen, dass du sündigst und Schaden anrichtest. Aber es können auch banale Dinge sein, die Fernsehserie, die nicht verpassen darf. Was weiß ich, die Fenster müssen mindestens einmal die Woche geputzt werden, als ein Beispiel. Verstehst du? Ja? Also verstehst du, alles was man so meint, was wichtig ist. Und es ist gar nicht so. Hauptsache, du beschäftigst dich nicht mit dem, was Gott hat in deinem Leben. Mit was du dich sonst beschäftigst, ist es im Wesentlichen egal. Und gerade zu Medien, meine Güte, mein Kampf ist auch jeden Tag gleich. Und wisst ihr was? Paulus schreibt an Timotheus, im zweiten Timotheus, in den Versen zwei bis fünf ein paar so Dinge, woran man sieht, wie das in der Endzeit sein will. Und das sind zum Beispiel Geldliebe, sich selbst lieben, Lästerer, Ungehorsamkeit, unheilig, ohne natürliche Zuneigung, also Verrohung. Computerspiele, zum Beispiel, deine Zeit wird weggefressen doch Spiele, Computerspiele, die dich dumpf werden lassen oder verrohen lassen. Unversöhnlichkeit, Verleumder, ohne Selbstbeherrschung, das Gute nicht lieben, rücksichtslos, stolz, Vergnügen, mehr lieben als Gott und eine äußere Form der göttlichen Lebensweise ohne Kraft, nennt er auch noch ganz explizit dazu. So tun als ob, aber es hat keine Wirksamkeit. Und jetzt ist die Frage und der Weg dorthin ist immer schleichend und plötzlich bist du entfremdet und du weißt gar nicht, wie es geschehen ist. Es ist nicht so, dass zack auf einmal, sondern mach mich frei jetzt nicht mehr so, ach ich könnte was anderes machen, ach warum soll ich mich und warum mir und plötzlich bist du irgendwo gelandet und du weißt gar nicht mehr, dass du von deinen Geschwistern losgelassen hast, die dir retten könnten, die für dich beten, die dich versorgen könnten und das um das geht und in die Zeit, in die wir hineingehen, brauchen wir das. Wir brauchen diesen geistlichen Rückhalt. Wisst ihr, als es zu regnen begann, waren nur die Menschen in der Arche, die in der Arche waren, das klingt jetzt banal, die, die woanders waren, waren nicht drin, also wo bist du denn? Bist du im Geist, in der Gemeinde oder bist du in dir? Die Gemeinde wird dir zur Arche, wenn der Sturm kommt, aber du musst in der Arche drin gewesen sein, damit du, wenn der Sturm kommt, einen Halt hast. Noch besser ist, du wirst zur Arche, dann wird dich niemand mehr wegreißen, du wirst zur Gemeinde, du gehst nicht in die Gemeinde, du bist die Gemeinde als ein Teil, als ein Stein und das ist das, was das Neue Jerusalem sein wird. Wir sind Steine eingebaut, wir gehen nicht ins Neue Jerusalem rein und gehen nicht wieder raus wie Besucher, nein, wir sind es geworden und die Gemeinde ist die Vorstufe. Und ich möchte gern mit Johannes enden, im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, von den Versen 10 bis 19, schreibt Johannes ganz kostbare Dinge. Ich werde ein bisschen springen und nicht alle Verse jetzt vorlesen, aber ein paar wichtige Dinge. Jeder Vers 10, also Anfang, also zweiter Teil, jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Vers 14, wir wissen aber, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und hinzugeben heißt, in Gemeinschaft stehen. Wir reden jetzt nicht vom Märtyrer-Tod explizit. Vers 18, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Es geht dann noch weiter, aber ich möchte hier enden. Wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben hinübergegangen sind, wenn wir die Brüder lieben. Wir sind schuldig, die Brüder zu lieben. Also Brüder meine ich, auch die Schwestern, die Geschwistern, die Geschwestern zusammen. Und wisst ihr was? Es sind viele kleine Entscheidungen gegen den Sog des täglichen Lebens. Sich zu öffnen, sich verletzbar zu machen und in allem, was einem da dann entgegenkommt, ganz praktisch, sich Gott zuzuwenden, ihn hineinzubitten in diese Situation und ihm die Chance zu geben, darin zu wirken. Dann wird hier ein sichtbarer Ausdruck von Christus, wie er wirkt, in all den anderen Heiligen zum Ausdruck gebracht. Und wir haben eine liebe Schwester und vermutlich wird sie bald zum Herrn gehen und ich habe so geweint. Aber wisst ihr was? Ich würde um jeden Einzelnen weinen. Es ist nicht nur diese eine Schwester, sondern ihr alle. Ihr seid ein Teil von mir geworden und ich vermutlich ein Teil von euch. Und daran siehst du, wenn du den anderen liebst. Wenn du manchmal gar nicht mehr weißt, wie du für den anderen beten kannst oder was du ihm noch tun kannst, dass er zurückkommt. Für manche habe ich schon einfach nur vor dem Herrn geweint. Nicht, weil ich so traurig bin, sondern weil der Herr das möchte. Er braucht alle. Er braucht nicht nur die große Tuba und die erste Geige. Er braucht das ganze Orchester für den Wohlklang und für den Lobpreis, den Gott braucht. Und der Herr hat mir gezeigt, was passiert, ich habe einen Blick, ich habe eine Vision gehabt, was passiert, wenn wir in Einheit Lob preisen. Und das ist nicht nur das Lobpreis-Team, sondern das sind wir alle. Und ich möchte wirklich, wenn du in dir irgendwas gegen irgendjemanden hast, mach den ersten Schritt. Geh auf ihn zu. Warte nicht auf den anderen. Demütige dich, wenn es sein muss. Einmal mehr. Und wenn, nimm die Gnade für die Versöhnung. Weil wenn wir in Einheit anbeten, siehe wie lieblich es ist, wenn die Brüder in Einheit zusammenstehen, dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Und vom Bart, vom Haupt, von Gott her, fließt eine besondere Gnade und Salbung. Und diese Gnade, diese Salbung, diese Stärkung, die da hervorgeht, die brauchen wir jetzt mehr als jemals zuvor. Der Herr macht jetzt ein Gnadenfenster auf und das Gnadenfenster wird sich eines Tages schließen. Wann weiß er? Nicht ich. Aber eines weiß ich. Er ruft in seine Gemeinde hinein. Er ruft mit werbenden und liebenden Worten. Bleib nicht für dich. Lass dich einbauen in die Arche, die dich retten wird. Und die dich jetzt schon rettet vor dir selbst. Und wisst ihr, eines ist auch noch wichtig. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir lieben Gott kein bisschen mehr, wie wir unsere Geschwister lieben. Weil wenn wir den sichtbaren Gott in den Geschwistern nicht lieben, und das können wir nicht produzieren, das ist eine Liebe, die Gott in uns hineingebt, die einen Ausflug hat, lieben wir auch den unsichtbaren Gott nicht. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Und Herr, ich danke dir, dass du in den Herzen wirkst, die, die heute da sind, die, die diese Botschaft hören, Herr, ich preise dich, du bist ein Gott der Wiederherstellung. Und in der Wiederherstellung der Beziehungen zueinander wirst du deinen Reichtum zum Ausdruck bringen, so wie der Reichtum zum Ausdruck, der Reichtum Gottes zum Ausdruck kommt, in der Wiederherstellung zur Beziehung zum Vater. Und Herr, ich danke dir, dass du den Weg hast. Ich preise dich, du bist der Gott der Wiederherstellung der Beziehung. Du bist der Gott, der sein Meisterwerk in der Gemeinde hervorbringt, gebiert, hervorbringt, mit seinem Leben nährt und einen Weg hat und einen Weg hat, den Satan so zu beschämen, weil du etwas hervorbringst, was niemand sonst könnte. Danke, Herr Jesus. Amen. Ja, preis dem Herrn, ich glaube, es ist eine sehr wichtige Botschaft gewesen und eine Botschaft, die es sich lohnt, nochmal anzuhören. Und wenn ihr sie nochmal anhört, als Aufzeichnung, dann nehmt doch ein Blatt Papier und lasst euch vom Heiligen Geist Dinge zeigen, die für euch dran sind. Weil, was hat euch in der Predigt gefallen? Alles. Was wirst du anwenden davon? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, nichts. Die Wahrscheinlichkeit ist ganz groß, dass man, weil die Zeit so schnell herumläuft, dass man in einem Jahr da sitzt und sagt, hoppala, jetzt ist März 23 und eigentlich hat sich nichts geändert seit März 22. Wer von euch weiß, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist? Und dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wir irgendwie berührt waren durch die Botschaft, aber nicht verändert wurden. Und daher möchte aber so sehr, dass unser Leben sich ändert. Und ich möchte die entscheidenden kleinen Punkte, die Silvia angesprochen hat, nochmal zusammenfassen. Nämlich, es hat gesagt, wo stehst du geistlich am Anfang und bist du zufrieden? Oder möchtest du geistlich wachsen? Und es wird einen Preis kosten, es wird Schritte kosten, damit du geistlich wachsen kannst. Es wird nicht automatisch passieren, aber es wird ein paar Sachen genannt, die möglich sind und ein paar Sachen, die eigentlich fast unabdingbar sind, die wichtig sind, dass du sie ganz neu in dein Leben einbaust. Und wenn morgen eine neue Morgenerweckung anfängt, kommen wir nochmal zu dem Thema Morgenerweckung. Weißt du, ein Christ wächst, in dem er jeden Tag Gemeinschaft mit Gott hat, im Gebet und im Wort. Nachdenkt über Gott. Und jetzt will ich mich an diejenigen von euch, die nicht sich mit der Morgenerweckung beschäftigen, die möchte ich mal ansprechen. Beschäftigt ihr euch stattdessen mit der aufgeschlagenen Bibel? Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Die Zeit, wo ihr nicht in der Morgenerweckung seid, seid ihr in den Psalmen, im Lukas-Evangelium, seid ihr in der Bibel drin? Oder, und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr auch statt der Morgenerweckung sonst nichts macht. Weil die Morgenerweckung ist als Hilfe gedacht, vor einer dicken Bibel zu sitzen und nicht zu wissen, was ich heute in der Bibel lese, sondern dich gemeinsam mit den Geschwistern, in einem gemeinsamen Fluss führen zu lassen, inspirieren zu lassen, von jemandem, der die Bibel aufs Wesentliche hin schon studiert hat, 70 Jahre seines Lebens, und der die Nuggets und die Schätze herausdestilliert und herausarbeitet und dann kannst du das ein oder andere ausgehend noch für dich selber lesen. Aber weißt du, was das Problem ist? Oder die Gefahr groß ist? Wenn du die Morgenerweckung nicht liest und auch sonst nicht die Bibel liest, wirst du geistig, wer von euch kann es nachvollziehen, dass du dann nicht wächst? Die Morgenerweckung ist ja nicht gedacht als Ersatz zur Bibel, sondern als Hineinführung in deine stille Zeit mit dem Herrn. Und ihr Lieben, wir haben die Geschwindigkeit halbiert seit vielen Jahren, um euch nicht zu überfordern. Wir haben nicht sechs Tage pro Woche, sondern nur drei Tage. Und aus diesem Grunde, es ist schaffbar. Aber weißt du, du musst für dich die Entscheidung treffen, ich möchte sie machen. Und ich möchte dir sagen, selbst wenn du wegen den Kindern nicht mehr dabei sein kannst, beim Mitteilen, A, wir werden die Lobpreiszeiten kürzen, heute fängt es schon an, vielleicht auch die Predigzeiten kürzen, überhaupt den ganzen Geusnis kürzen. Die Frage ist, gehst du dann trotzdem halt eine halbe Stunde eher heim, weil jetzt das Mitteilen anfängt und geht es gar nicht um die Zeit wegen den Kindern, sondern geht es eigentlich darum, dass du beim Mitteilen abhauen willst. Ich hoffe nicht, weil wir kürzen die ganze Zeit, damit du beim Mitteilen da sein kannst. Aber selbst wenn du beim Mitteilen nicht da sein kannst, kannst du nicht zu Hause in der ganzen Woche über das Mitteilen der anderen, die noch anhören, im Livestream. Und weißt du, es wird dich mehr berühren, wenn du es selber vorher dich befasst hast damit, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wie kannst du dich berühren. Also eine ganz, weißt du, Einstein sagte, eine Definition von Wahnsinn ist es, zu glauben, dein Leben ändert sich, wenn alles andere gleich bleibt. Ihr könnt es nachvollziehen. Euer Leben wird nicht anders werden und wir werden nicht geistlich wachsen, wenn sich nichts ändert. Aber was kann sich ändern? Und ein ganz konkreter Punkt ist, fang an, die Morgenerweckung, diese drei Tage Morgenerweckung, in deine stille Zeit zu integrieren. Besorg dir die Morgenerweckung und mach die Morgenerweckung und selbst wenn du nicht mehr hier bist und das Mitteilen live mitbekommst, schaust dir in der Aufzeichnung nochmal an, zieh den Regler vom YouTube-Video nach hinten, wo das ist, im Badezimmer, wenn du dich herrichtest, nutz die Zeiten, die du ohnehin hast. Und damit kommen wir zu einem ganz wichtigen weiteren Punkt, weil die Silvia sagt, der Tag von Paulus war auch voll und jeder Tag ist voll. Ohne Prioritäten setzen, ohne Weichenstellungen wird sich gar nichts ändern. Der Tag wird sich von selber füllen. Habt ihr schon mal gemerkt? Abends wird es von selber. Der Tag, die Woche, das Jahr geht von selber rum. Und aus diesem Grund ist es extrem wichtig, dass du dir zu Hause im Nachgang auf diese Predigt einen Zettel nimmst und konkret festhältst, was, erst einmal simplify your life, was muss aus deinem Leben raus, damit Platz entsteht für das Neue, was bisher keinen Platz hatte. Und weil ich die Sendie anschaue, die Sendie hat die schwere Entscheidung getroffen, zwar nicht Facebook komplett zu löschen, aber sich weitestgehend von Facebook zurückzuziehen. Ich weiß nicht, Sendie, wie lange warst du ungefähr pro Tag geschätzt auf Facebook? Ganz kurz, wie lange warst du geschätzt auf Facebook pro Tag? Eine Stunde? Eine halbe? Gut, aber eine Stunde, warst du sicher am Tag, oder? Auf alle Fälle, jetzt hast du doch einen Zug, weiß ich mal nicht, aber weißt du, Facebook, Facebook, weißt du, ich bin alle paar Tage auf Facebook und jedes Mal danach denke ich mir eigentlich ärgere mich, dass ich eine Stunde wieder verloren habe durch Facebook, weil eigentlich, wenn du dich nur mal fragst, würde dir was fehlen, wenn du die halbe Stunde oder die Stunde nicht zugebracht hast? und aus diesem Grund, niemand von uns muss Facebook komplett verlassen, aber die Frage ist, kannst du deinen Facebook-Konsum drosseln oder limitieren auf jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag, nicht ganz von der Welt verschwinden, aber, aber, aber wirklich bewusst Platz schaffen und nächster Punkt, der ein Zeitfresser ist und, und wenn ich mal meine, das ist der WhatsApp-Status. Wenn du jeden Tag dir überlegst, wie du deinen WhatsApp-Status gestaltest, verbrauchst du ganz schön viel Zeit, die du nicht hast für den Herrn, für Gebiet oder sonst was, was steht dagegen, dass du einmal in der Woche deinen WhatsApp-Status änderst? Meiner ändert sich das ganze Jahr nicht, aber egal, ich habe dafür keine Zeit, ich nehme dafür die Zeit nicht. Würde dir was fehlen, wenn dein WhatsApp-Status sich nicht ändert? Das sind so Dinge, ich rede ganz praktisch von den Dingen, die deine Zeit beanspruchen als Mutter von kleinen Kindern und so weiter und, verstehst du, und ich sage nicht, ich sage nicht, das muss komplett aus deinem Leben weichen, aber kannst du es drosseln, kannst du es halbieren, kannst du Zeit frei schaufeln, um in die Morgenentwicklung reinzugehen? Und ein zweiter Punkt, du kannst nur dann Liebe zu den Geschwistern entwickeln, wenn du sie mehr erlebst, mehr kennenlernst und das ist schwierig nur im Sonntagsgottesdienst und deshalb, ich möchte all diejenigen, die nicht mehr, in keinem einzigen, wir haben ja zwei Gebets treffen, aber die in keinem Gebetstreffen mehr dabei sind, ich möchte euch einladen, bei einem Gebetstreffen dabei zu sein, wieder dabei zu sein und wenn es dir nicht jede Woche möglich ist, sei doch jede zweite Woche dabei, sei doch einmal im Monat dabei, ich möchte plädieren dafür, dass ihr keine Grundsatzentscheidungen trefft, Gebetstreffen geht mir nichts an, HDK, es gilt die wenigsten, aber es gibt welche, geht mir nichts an oder, also so Grundsatzentscheidungen, das kommt, weißt du, gerade das im HDK der Geschwister erleben, in einem Gebetstreffen die Geschwister auch auf Zoom erleben, musst gar nicht dich groß bewegen oder Verkehrsfahren, diese Dinge, dadurch erlebst du, wie die Geschwister beten, was die Geschwister bewegt, dadurch wächst Liebe in deinem Herzen, weil du die Geschwister erlebst und deshalb, ich möchte allen, die früher in den Gebetstreffen dabei waren und seit Wochen und Monaten und einem halben Jahr nicht mehr, gar nicht mehr im Gebetstreffen sind, ich möchte dich einladen, komm zurück, wenn nicht jede Woche, dann jede zweite oder einmal im Monat zumindest und diejenigen, die vielleicht fast noch nie dabei waren im Gebetstreffen, ich möchte dich einladen, deine Grundsatzentscheidung, Gebetstreffen geht mir nichts an, zu revidieren und zu sagen, einmal im Monat schaffe ich es, im Terminkalender einzutragen, da möchte ich mal dabei sein, ich möchte auch da Teilhaber sein, an dem, was in der Gemeinde passiert, was bewegt die Geschwister, für was beten sie und momentan bewegt auch viel der Krieg, aber auch da wird Gebet im Gebetstreffen, für die Nöte und die großen Nöte in der Welt und so weiter und so fort und deswegen, ich möchte einfach euch einladen, macht Nägel mit Köpfen in Bezug auf die Morgenerweckung, weil auf geheimnisvolle Weise, wie Silvia sagte, gebraucht daher, das einen Bezug herzustellen, zu unserem Ergehen individuell und in der Gemeinde, auf geheimnisvolle Weise erleben wir, wie aktuell sie ist und das kannst du dir eigentlich nicht entgehen lassen, fang an, dafür Zeit zum Lesen erst einmal zu finden, das wichtig werden zu lassen und das kann man natürlich auch gemeinsam mit anderen mal zwischendurch auch lesen oder einmal ein Vers daraus beten lesen, bei welchem Vers der dicken Bibel beten, mal lesen wir heute, nimm einen aus der Morgenerweckung, warum nicht oder mach mal einen halben Tag oder einen grauen Kasten nur von einem Tag, gemeinsam mit jemandem, den du anrufst, das sind kleine Entscheidungen, aber wenn du sie nicht intentionell, absichtsgeleitet triffst, wird nichts passieren, in puncto auf deine Gemeinschaft mit dem Herrn, auch mit der Morgenerweckung und auch in deiner Teilnahme an Veranstaltungen, Veranstaltungen in der Gemeinde und weißt du, tatsächlich schafft das einen Schutz, tatsächlich schafft das, dass du gespült, dass du gewaschen wirst, dass du vor was bewahrt wirst, allein durch das wirst du irgendwie geheimnisvoll bewahrt, bewahrt abzuflachen, bewahrt banal zu werden und es werden tatsächlich Gefahren und Nöte von deinem Leben abgehalten durch den Schutz des Leibes und nicht nur, wenn du alle Woche oder alle zwei Wochen in Gottesdienst kommst, sondern indem du auch dich verstricken lässt, mal durch Teilnahme an einem Zoom-Treffen und so weiter und so fort und dazu möchte ich dich einladen, dass du Nägel mit Köpfen machst bei dem, was sich Silvia heute geprägt hat und alle anderen Ideen von dem großen Feuerwerk an Ideen, dass du mal wen anrufst, mit wem einen Kaffee trinken und so weiter auch das wird nicht von selber passieren, sondern indem du dich hinsetzt am Anfang des Monats mit dem Kalender und dich fragst, mit welchem Bruder, mit welcher Schwester möchte ich in dem Monat Gemeinschaft haben? Vielleicht in einem Monat nur eine Person, die du rauspickst, die du anrufst, mit der du ein bisschen Zeit verbringst oder eine Person, mit der du sonst nicht Gemeinschaft hättest. Warum nicht so Weichen stellen? Warum nicht so Nägel mit Köpfen machen, und dann wirst du merken, dass du stärker wirst geistlich, du wächst geistlich, du wirst stärker und wirklich verbanne Dinge aus deinem Leben oder reduziere Dinge in deinem Leben, die gar nicht so wichtig sind und die dich gar nicht so glücklich machen, die du aber als Gewohnheit machst und dir ein Leben anfühlen. Ich meine, ich zum Beispiel schaue mir einfach seit einigen Jahren keine Filme mehr an, keine Kinofilme, keine Spielfilme mehr an, nicht weil nicht was Interessantes mal dabei wäre, sondern weil ich mir die Zeit nicht nehmen möchte, die mir dann fehlt für Sachen mit dem Herrn oder mit dem Geschwissen oder sonst was und tatsächlich fehlt mir gar nicht so viel. Einmal haben wir so einen Monat Prime gehabt, wo man dann also die Filme anschauen kann, manche haben ja Netflix und so weiter und in dem Monat habe ich mich fast gezwungen, mir Spielfilme anzuschauen und ehrlich gesagt, es hat mir nicht weder gut getan noch was gebracht noch sonst was. Ich bin mir zurückgekehrt, ich war direkt froh, nachdem das Prime Abo wieder weg war. Ich war froh, dass ich wieder zurückkehren kann zu meiner Abstinenz von den Dingen, ohne die ich sehr gut leben kann. Du kannst mit ganz vielen Dingen, die du jetzt noch tust, sehr gut leben und glücklich sein und die stärken dich gar nicht. Aber fang an, die Dinge zu tun und zu leben, die dich glücklich machen, die dich stärken, die dich für die schweren Zeiten, die uns allen ins Haus stehen, das merken wir doch, die Zeiten werden nicht besser, zurüsten und gründen. Wirklich, versteht das nicht als ein Appell oder als ich möchte einen Lebensstil ändern, ja Gott will unseren Lebensstil ändern. Hin zum Guten. Amen. Danke, Herr. Amen. Einer für alle und alle für einen, das ist die Familie Gottes. Jeder ist gleich wertvoll, alle sind gleich wichtig. Einer für alle und alle für einen, das ist die Familie Gottes. jeder ist gleich wertvoll, jeder ist gleich wertvoll, jeder ist gleich wertvoll, alle sind gleich wichtig. Der ganze Himmel ist für mich, der ganze Himmel steht hinter mir, mein Vater Gott, mein Bruder Jesus und der Heilige Geist. Einer für alle ist die Familie Gottes. Einer für alle und alle für einen, das ist die Familie Gottes. Jeder ist gleich wertvoll, jeder ist gleich wertvoll, Einer für alle und alle für einen, das ist die Familie Gottes. Jeder ist gleich wertvoll, alle sind gleich wichtig. Alle meine Brüder und Schwestern sind völlig eins mit mir im Geist. Gemeinsam sind wir stark genug, die ganze Welt einzunehmen. Einer für alle und alle für einen, das ist die Familie Gottes. Jeder ist gleich wertvoll, alle sind gleich wichtig. Einer für alle und alle für einen, das ist die Familie Gottes. Jeder ist gleich wertvoll, alle sind gleich wichtig. Alle sind gleich wichtig. Alle sind gleich wichtig. Amen. Amen. Das ist die Familie Gottes. Amen. Halleluja. Halleluja. Deine Liebe ist meine Stärke. Deine Liebe lebt in mir Deine Liebe ist die Fälle meines Lebens Deine Liebe endet nie Deine Liebe übersteigt alle Erkenntnisse Deine Liebe ist ein Geschenk Deine Liebe macht uns zu überwinden Deine Liebe versagt nie Denn Gott ist die Liebe Die Liebe ist aus Gott Und verliebt ist aus Gottgebot Denn Gott ist die Liebe Die Liebe ist aus Gott Und verliebt ist aus Gottgebot Ja, verliebt ist aus Gottgebot Deine Liebe ist meine Stärke. Deine Liebe lebt in mir. Deine Liebe ist die Fülle meines Lebens. Deine Liebe endet nie. Deine Liebe übersteigt alle, erkennt mich. Deine Liebe ist ein Geschenk. Deine Liebe macht uns zu Überwinder. Deine Liebe versagt mich. Denn Gott ist die Liebe. Die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, ist aus Gott gewohnt. Denn Gott ist die Liebe. Die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, ist aus Gott gewohnt. Denn Gott ist die Liebe. Die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, ist aus Gott gewohnt. Denn Gott ist die Liebe. Die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, ist aus Gott gewohnt. 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 Du hast alles hingegeben. Jesus, du gabst uns dein Leben. Du hast deinem Antwort gegeben. Nach dem Sinn des Lebens, du gabst uns so ein Leben. Jesus, du gabst uns so ein Leben. Es ist die Leibeskraft. Deine Leibeskraft. Es ist die Leibeskraft. Deine Leibeskraft. Es ist die Leibeskraft. Du liebst Gott, die fließt durch mich, du hast alles hingegeben, Jesus, du gabst uns dein Leben. Du hast allen Antwort gegeben, nach dem Sinn des Lebens, du gabst uns zu erleben. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft, es ist die Liebeskraft, Liebenschaft. Es ist die Liebeskraft, sie fließt durch mich. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft, sie fließt durch mich. Es ist die Liebeskraft, sie fließt durch mich. Ich glaube deinem Wort der Wahrheit, ich bin verschmolzen mit deiner Liebe. Es kommt hervor, ist meine Liebe. Zeichen und Wunder sind geschehen. Es ist die Liebeskraft, deine Liebeskraft, es ist die Liebeskraft, die Liebenschaft. Es ist die Liebeskraft, sie fließt durch mich. 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 Unvergleichbar allem so. Deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so groß. So übernatürlich, so übernatürlich. Deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so groß. So übernatürlich, so übernatürlich. Deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so groß. So übernatürlich, so übernatürlich. So übernatürlich, so übernatürlich. So übernatürlich, so übernatürlich. Deine Liebe ist so groß. Deine Liebe ist so groß. So übernatürlich, so übernatürlich. 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 Deine Liebe ist so groß. ZANG EN MUZIEK 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 Der Herr gibt mir gerade so ein Empfinden dafür, wie sehr er seine Gemeinde liebt. Und er liebt sie so sehr, weil er sich selbst unerführlich in die Gemeinde hinein austeilt. Und weil sie dadurch wunderbar wird, weil sie durch jedes kleine bisschen, wo er sich austeilt, herrlicher wird, schöner wird, makelloser wird. Und er liebt die Gemeinde. Oh Herr, ich danke dir, dass du die Gemeinde liebst. Sie ist ein Meisterwerk und du bringst sie zur Vollendung. Du bringst sie absolut zum Abschluss. Das größte Meisterwerk der Geschichte bringst du gerade zum Abschluss. Ein Gott, der sich in Menschenhänden austeilt. Bis zum Vollmaß, bis diese Menschen sein Gegenüber werden. Oh, er liebt die Gemeinde, Geschwister. Er liebt sie. Oh, er liebt die Gemeinde, Geschwister. Oh, er liebt die Gemeinde, Geschwister. Oh, er liebt die Gemeinde. Du liebt die Gemeinde. Oh, er liebt die Gemeinde. Deine Gemeinde so wunderbar, makellos auf dir, makellos auf dir, makellos auf dir, makellos auf dir. Du lebst die Welt, du lebst die Welt, deine Gemeinde, oh, 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 oh Amen. Amen. Der Herr hat mir, bereits als die Silvia gepredigt hat, aber noch stärker in den ersten Liedern vom Lobpreis, einen Blick erlaubt in das Herz einer Person und vielleicht ist es das Herz mehrerer Personen. Amen. Und sie klingen dumpf und sie klingen leer und es ist plötzlich schwer, Gott anzubeten und es wird von Tag zu Tag und von Woche zu Woche schwerer und du fühlst dich ferner. Und der Herr hat mir dieses Bild gezeigt von dem Thron Gottes und wo ist der Thron Gottes, er ist in unserem Geist, er ist in unserem Innersten, im Allerheiligsten. Auch in deinem Innersten. Und von diesem Thron Gottes, den wir da oben sehen, fließt der Strom. Genau dieser Strom, den wir gerade besungen haben und gepriesen haben. Der Strom, der alle Blockaden einfach umwirft, der Strom, der dich heilt, der Strom, der die Liebeskraft und die Lebenskraft in deinem Leben ist. Aber wie wird dieser Strom denn erlebbar, indem er fließt von diesem Allerheiligsten aus deinem Geist heraus in deine Seele. Um dein Herz einzunehmen, um deine Gedanken einzunehmen, um in deinem Sprechen, in deinem Handeln und in deinem Fühlen einen Ausdruck zu haben. Und auf diesem Weg, es war wie, als ob ich gesehen hätte, dass dieser Strom so über eine Brücke fließt, von dem Geist hinaus in dein Herz hinein. Und ich gesehen, wie direkt an dem Eingang zu deiner Seele eine riesige schwarze Blockade ist. Und wie diese Blockade immer größer wird. Und irgendwie, du spürst es selber, wird diese Blockade, obwohl du singst und versuchst zu glauben, sie geht nicht. Sie geht einfach nicht. Sie wird nicht kleiner, egal wie oft du singst. Und der Herr sagt, oder der Herr hat, hat mich schon vor einigen Wochen, hat er mich mitgenommen auf eine Reise in mein Inneres hinein, wo er mir diese Blockade gezeigt hat. Und er hat mir gezeigt, das ist der Verkläger. Das ist der Verkläger, der dort steht. Und wir lesen in Offenbarung 12, 10 genau das. Wir lesen, dort ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte. Und wo? Vor unserem Gott. Vor diesem Thron, der in unserem Innersten ist. Und der Feind kann nicht in das Allerheiligste, aber er kann in deiner Seele sein. Er kann in deinen Gedanken sein. Dort steht genau dieser Verkläger. Und was macht dieser Verkläger? Er verklagt die Brüder. Tag und Nacht ist er in deinen Gedanken und in deinem Herzen und verklagt und verklagt und verklagt. Er hört nicht auf. Das ist alles, was er tut dort. Aber du hast die Autorität, diesem Verkläger den Mund zu verbieten. Denn dieser Verkläger ist bereits besiegt. Dieser Verkläger ist bereits besiegt und du hast die Autorität, ihm den Mund zu verbieten. Und ich weiß es, weil der Herr mich mitgenommen hat auf diese Reise. Bei jedem Gedanken, der am Anfang vielleicht nur eine kleine Meinung ist. Ein kurzes Stirnrunzeln, ein kurzes... Jedes Mal ist es der Verkläger. Jedes Mal ist es der, der die Brüder verklagt. Oder gib mir doch dem Bruder vielleicht einen Namen. Es ist jedes Mal, ach Michael. Es ist jedes Mal, macht der schon wieder? Was macht er schon wieder? Es ist jedes Mal das Stirnrunzeln. Es ist jedes Mal, ach Michael. Was passiert, wenn du diesem Verkläger den Mund verbietest? Ich habe es getan, weil der Herr es mir gezeigt hat. Nicht nur in Bezug auf den Michael, sondern auf viele Brüder und Schwestern. Diese Blockade wird kleiner. Der Verkläger muss den Mund halten. Und die Bibel sagt uns sogar, was passiert, wenn wir das tun. Wenn es Realität wird, Tag für Tag mehr. Dann steht da, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Jetzt ist die Errettung gekommen. Und die Kraft und das Königreich unseres Gottes. Und die Vollmacht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder, der die Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, ist hinabgeworfen worden. Und das ist die Realität, die wir sehen im Himmel, wenn die Überwinder bereits in dem Himmel entrückt sind. Aber der Herr hat zu mir gesagt, das ist die Realität, die ich möchte, dass du sie jeden Tag in deinem Geist aufbaust. Das ist die Realität, von der ich möchte, dass sie jeden Tag in dir bereits real ist. Das, was in Ewigkeit sein wird, soll heute bereits in dir sein. Und das möchte ich heute dir sagen. Oder wenn es mehrere Personen betrifft, euch sagen. Ihr habt die Autorität, dem Verkläger den Mund zu verbieten. Und vielleicht habt ihr eben der Predigt zugehört von der Silvia und habt gedacht, wie soll das gehen. Ich will die Gnade nicht mal. Ich will die Gnade nicht mal nehmen, um den ersten Schritt zu machen. Ich will die Gnade nicht mal nehmen, um Versöhnung zu beten. Ich will die Gnade nicht mal nehmen, um für diesen Bruder oder diese Schwester zu beten. Dann beginn hiermit. Beginn damit, dem Verkläger den Mund zu verbieten. Jedes Mal. Und du wirst sehen, dass dieser Strom jeden Tag neue Wellen bringt. Neue Wellen bringt. Dass er wieder stärker wird. Und dass irgendwann der Verkläger so klein ist, dass der Strom nun gehindert fließen kann. Dass er einfach hinabgeworfen wird, dieser Verkläger. Er ist vielleicht in der Realität im Himmel noch nicht hinabgeworfen. Aber er kann in dir, in deinem Innersten hinabgeworfen werden. Und das ist die Entscheidung, die du jeden Tag treffen kannst. Das ist die Autorität, die du jeden Tag nehmen kannst. Verkläger, halte den Mund. Du hast hier nichts zu suchen. Hier regiert Gott. Hier ist das Königreich Gottes. Das Königreich unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus. Und wenn du möchtest, dass ich jetzt bete für dich, dann komm einfach nach vorne. Wenn du das selber machen möchtest, ist das auch in Ordnung. Aber wenn du jetzt den Leib in Anspruch nehmen möchtest, dann komm nach vorne, ich bete für dich. Ich stehe. 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 Ich habe gestern Epheser 4, 29 und 30 gelesen. Mir ist zum ersten Mal der Kontext aufgefallen, dass hier ein direkter Zusammenhang besteht, was den Heiligen Geist betrübt. Nämlich das, was im Vers davor steht. Also man kann ja denken, das betrübt den Heiligen Geist oder jenes betrübt den Heiligen Geist. Aber es ist genau das, was einen Satz vorher steht. Lasst kein faules Wort aus eurem Mund hervorgehen, sondern nur das, was gut ist für den Aufbau, wo es notwendig ist. Damit es denen, die es hören, Gnade gebe und betrübt nicht den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist wird betrübt, wenn ein faules Wort aus unserem Mund hervorgeht. Aber der Heilige Geist freut sich, wenn ein Wort aus unserem Mund hervorgeht, was gut ist für den Aufbau, was denen, die es hören, Gnade gibt. Amen. 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 Ich hatte noch den Eindruck, dass irgendjemand ein schweres Joch trägt auf seiner Schulter, was immer das sein mag, und dass der Herr dieses Joch wegnehmen möchte. Vielleicht ist es irgendeine Sorge, vielleicht ist es irgendwas, ein Gebrechen, eine Angst, irgendwas, dass der Herr dieses Joch von der Schulter wegnehmen möchte. Den Eindruck hatte ich. Amen. Ich sage es noch einmal. Also ich habe zur Zeit ziemlich massive Zukunftsängste, und da sind uns unserkware Ängste, das überkommt mir einfach so, das schmiert mir österreichisch zu, das ist sehr schön. Okay. Okay. Jetzt ist es wie ein Joch und das Joch wird von dir genommen. Halleluja. Ja, gesagt, darf ich jemand bitte? Vielleicht ein Hans, magst du das bitte kommen? Genau. Jetzt zieh dich zusammen. Ja. Ja. Schau es mir einfach an. In Jesus Christi Namen. Danke, Heiliger Geist, du hast es gezeigt, dass du ein Joch durch deine Salbung, durch deinen Heiligen Geist ein Joch wegnehmen möchtest von der Schulter, von einer Last, eine Last von Zukunftsangst, von Ängsten in Jesu Christi Namen. Und das kommt vom Feind, das ist nicht vom Herrn. Der Herr hat dein Leben schon mal bewahrt und du wirst es weiterhin bewahren. Aber im Namen Jesu Christi nehmen wir Autorität, nehme ich jetzt Autorität, schau mich jetzt an. Ich nehme Autorität über alles, was der Feind dir auferlegt hat. Es muss dein Leben jetzt verlassen, es muss dein Denken, dein Fühlen verlassen, auch dein Fokus auf das Negative. In Jesu Christi Namen. Ich erkläre, dass sich dein Fokus umholt, wieder auf das Gute, auf die Güte Gottes, wie gut der Herr ist, wie treu der Herr ist und nimm auch das Negative, auch von den Medien, von den Nachrichten, von der Gesellschaft, in Jesu Christi Namen der Herr ist und bleib gütig und treu in deinem Leben. Er liebt dich. Er hat nichts als Liebe und Güte für dich. Ich sage mich jetzt los, wo ich mich geöffnet habe für Negativität, Sorgen, Pessimismus, Befürchtungen und Ängste in Jesu Namen. und Ängste in Jesu Namen. Ich sage mich los davon, in Jesu Namen. Ich wende mich ab davon, in Jesu Namen. Ich befehle jedem Geist, der doch Zugang bekommen hat, in Jesu Namen, mich jetzt zu verlassen. Ich sage mich an, frei, in Jesu Namen völlig frei, 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 frei. Der Geist, der Geist von Negativität und Zukunftsangst, verlässlich, 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 verlässlich in Jesu Namen, verlässlich, dann raus, 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 in Jesu Namen, raus. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Für Himmel und Ewig, für Himmel und Ewig. Für Himmel und Ewig bin ich eins mit dir. Amen. Es gibt diesen Satz, ich muss doch auch mal was für mich tun. Jetzt nehme ich mir mal die Zeit. Jetzt schaue ich mal nach Facebook. Was gibt es denn so Neues? Ich will mal wissen, was es so Neues gibt. Ich tue mal was für mich und lasse mich mal schön berieseln. Und es war für mich schon echt eine Sucht, dass ich mich da drin echt verloren habe. Und hinterher die ganzen Kommentare, Diskussionen, es hat mich so aufgewühlt, so verärgert. Ich war gereizt und genervt von dem. Und ich habe mit einer guten Schwester darüber gesprochen. Und die mir das eben empfohlen hat. Und ich ja so lange schon mitgekämpft habe. Und ich habe echt nur gesagt, Herr, ja, es ging darum, entweder alles oder gar nichts. Und dann habe ich so gemerkt, okay, ich mache das jetzt einfach, weil ich will dich gewinnen. Es geht ja auch darum, wem bringe ich zum Ausdruck. Nämlich in Tag 6 heißt es ja auch, es geht um die göttliche Lebensweise, die Gott zum Ausdruck bringt. Und nicht um männliche Weisheit. Und durch das Tun da reinzuschauen, dann stelle ich mich ja auch den Meinungen, den Weisheiten der Welt und diesen Baum der Erkenntnisding. Und dann muss ich natürlich mitantworten, dann lasse ich mich da reinziehen, dann geht es nur darum. Und das bringt Gott ja überhaupt nicht zum Ausdruck, auch nicht, was in mein Herz reinkommt. Das war für mich so ein Kauf. Auf jeden Fall habe ich das seit einer Woche gelassen. Und ich merke einfach, in dem Moment, wo ich sonst reingeschaut habe, nehme ich mir jetzt kurz das Wort. Und wenn ich nur 5 Minuten Zeit habe, lese ich was, bete ich was, genieße den Herrn ganz anders. Und ich merke seit einer Woche eine ganz andere Zufriedenheit. Auch vorher, wo ich manchmal so schnell gereizt war, weil ich halt vorher was gelesen habe, was mich geärgert hat. Das ist natürlich jetzt dann nicht da. Aber ich genieße den Herrn. Und es ist einfach so eine Wollung. Es ist wirklich, ich vermisse gar nichts. Ich habe einfach nur die Freude, im Meer, im Strom seiner Liebe zu fließen. Und was mir da aus den Morgenerweckungen auch total wichtig geworden ist, dieses Anbeten im Haus Gottes. Dass es eben auch der Leib ist. Die wahre Anbetung geschieht im Leib. Und durch diesen Austausch, durch diese Gemeinschaft mit der Schwester, hat sich da auch der Herr mit dem Licht in mir offenbaren können, dass ich es überhaupt erkennen konnte, dass ich da ein Problem habe. Und als ich aufgehört habe, ich hätte nie gedacht, dass ich Entzugserscheinungen habe. Wirklich. Echt verrückt. Das kann ich mir gar nicht. Also nee, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist so. Es ist eine Tatsache. Man kann von alles richtig sein. Man kann auch ständig in den Nachrichten schauen. Das ist auch so eine Suche. Auf jeden Fall, das ist mir bewusst geworden. Ja, ich will den Herrn zum Ausdruck bringen, indem ich mich auch mit Dingen beschäftige, die mich mit ihm fühlen. Anstatt die Dinge der Welt. Genau. Amen. 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 Ja, die sind ja das, glaube ich, wunderbar jetzt gerade mitgeteilt. Und ja, es ist echt interessant, wie der Herr anfängt zu sprechen. Ich sage ja anfängt zu sprechen. Ja, es ist wirklich so. Es sind jetzt wirklich einige Dinge, die gerade auf dieses Thema jetzt ziemlich fokussieren. Gerade auch in dieser Zeit, wo wir jetzt momentan leben. Und ja, es ist ja auch immer noch die Predigt von der Silvia heute mit der Morgenerweckung. Und dann, ich weiter noch mit dem Timotheus, das Geheimnis Christi. Und das sind drei, das kann nur der Heilige Geist sein, der momentan so extrem zu mir spricht. Und ich weiß jetzt auch genau, was auf dem Herzen Gottes ist. Und ich weiß ganz genau, dass er das auch haben möchte. Und ja, in der Woche 6, Tag 5 lesen wir, wenn du dich nicht um andere, sondern nur um deine Interessen kümmerst und etwas nur für dich selbst tut, ist die Schlange in der Nähe. Der beste Weg, um vor Abfall bewahrt zu werden, besteht darin, sich um andere zu kümmern. Ja, ich denke, da kann ich der Silvia jetzt nichts mehr hinzufügen. Es ist, glaube ich, wirklich so wichtig. Also der Herr hat das zu mir jetzt gesprochen. Und jetzt gerade mit der Morgenerweckung, mit der Weitergruppe, mit dem Timotheus und der Predigt jetzt. Der Herr hat wirklich etwas auf dem Herzen. Und das offenbart er jetzt immer mehr und mehr. Egal, was die Welt gerade sagt. Aber ich merke, der Herr hat einen Plan mit uns. Und es ist wirklich sehr wertvoll, darf ich euch kennen und darf ich euch noch mehr kennenlernen, euch alle. Und vor allem auch den Christus in euch kennenlernen. Und das möchte ich halt wirklich auch. Amen. Ja, der Herr will seinen Leib. Und was der Feind dagegen setzt, ist eben Spaltung. Wenn es Spaltung gibt, genau, dann gibt es viele Stücke. Aber es gibt nicht den Leib. Es gibt nicht den einen neuen Menschen. Es gibt nicht die eine Braut. Es gibt nicht das eine Jerusalem. Und durch Gewalt, Krieg, Hass, ja, spaltet der Feind auch durch Angst, eben das eigene haben zu wollen. Wir lesen hier, die unlautere Motivation von Dan war, dass eben sein Reich käme zurück zum Haus Davids zurück. Er wollte nicht diese Abhängigkeit, sondern er wollte sein eigenes Ding. Und er war geleitet eben durch diese Angst. Genau, gab aber, ja, schön vor, eben der Deckmantel der Anbetung. Aber wenn die Motive falsch sind, dann schreibt er hier auch, ja, dann ist die Schlange dahinter. Also eigentlich wie, ja, wie pervers ist das? Oh, Herr Jesus, oh, Herr Jesus, ja, du willst den Leib. Ich glaube, es geht um die Motivation und die Motivation ist die Liebe. Wenn wir den Herrn und den Leib lieben, ja, dann sind wir nicht spalterisch, sondern dann fügen wir uns ein, sind abhängig vom Leib und vom Herrn. Und ja, der Herr hat seinen Aufbau, aber nur dadurch. Amen. Vielen Dank. 2. Petrus 1,3 Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, durch die völlige Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Oh, Geschwister, weil seine göttliche Kraft, oh, Halleluja, weil seine göttliche Kraft, oh, Geschwister, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt und nichts zurückgehalten. Er hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört. Oh, Halleluja, ich freite dich. Ich danke dir. Oh, durch diese Kraft ist es möglich. Durch dieses Leben ist es möglich, dass du deinen Leib aufbaust, weil du nichts zurückgehalten hast, weil du alles geschenkt hast. Oh, Geschwister, er hat uns alles geschenkt. In der Gnade ist alles enthalten, was wir zum Leben und zur göttlichen Lebensweise brauchen. Geschwister, dieser Vers hat mich die ganze Woche über begleitet. Dieser Vers war die beste Speise diese Woche. Und jedes Mal, wenn so ein kleiner Wirbelwind, der hier so rumwirbelt, mich ans Ende meiner Kraft gebracht hat, habe ich gesehen, es gibt hier jemanden, der mir alles geschenkt hat. Alles. Nicht, dass ich irgendwie durchhalte, sondern dass ich das göttliche Leben lebe. Amen. Petrus hat den zweiten Brief geschrieben in der Zeit des Niedergangs und des Abfalls der Gemeinde und seine Last war, dass er den Gläubigen gegen das Gift des Abfalls impft. Denn der Abfall lenkt die Gläubigen von der Ökonomie Gottes ab, indem er sie in die menschliche Logik rätselhafter Philosophien führte. Und es gab kein Ausüben des Teilhabens am Baum des Lebens, der Leben gibt, sondern es gab die Teilnahme am Baum der Erkenntnis, der den Tod herbeiführt. Und gegen dieses Todesgift zu impfen, verordnete Petrus in seinem heilenden Brief zuerst die göttliche Kraft als das stärkste und wirksamste Gegenmittel. Und da hat er geschrieben in 2. Petrus 1,3, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört. Durch die völlige Erkenntnis von ihm, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Und wie Julia schon gesagt hat, er hat uns alles geschenkt und geschenkt hat, dass er sich selbst in uns hineingegeben hat. Er hat sich in unseren Geist infundiert und wir haben sein Leben in uns. Diesen allumfassenden, Leben gebenden Geist, der lebt in uns. Und Petrus war so ein Zeuge von dem, von der Allmacht Gottes, von Gottes Herrlichkeit. Und diese Kraft, die soll auch in uns, zum Ausdruck kommen, sie soll in uns leben, wir sollen das erfahren und in dieser Kraft leben. Denn er hat uns alles geschenkt und es ist Gnade, das ist sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung und seine Auffahrt, die in uns lebt. Halleluja! Es lebt schon! Mich hat auch ganz besonders der sechste Tag berührt, weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört. Amen! Das ist ein solches Geschenk, das unfassbar ist und diese reiche göttliche Versorgung, die in allen Einzelheiten, in denen erwähnt wird und behandelt wird, ist mehr als ausreichend, um uns zu befähigen, ein angemessenes Christenleben zu führen. Amen! Und das Wort beschenkt, geschenkt ist uns hineingegeben, das wird uns infundiert und eingepflanzt. Und dann ist es so, dass eben alle Dinge, die mit dem Leben und der göttlichen Lebensweise verbunden sind, in uns hineingegeben sind, infundiert worden und durch den allumfassend lebenden Geist, der uns wiedergeboren hat und uns wohnt. Und Leben ist die innere Energie, das kennen wir ja, wenn wir eben mit Jesus gehen, da ist eine innerliche Energie vorhanden und das ist auch die innere Kraft, die uns doch vieles durchstehen lässt. Und dann bringt es die göttliche Lebensweise hervor und die, das ist ja das Schönste, die zur Herrlichkeit wird und die Herrlichkeit zur Folge hat. Und daher können wir nicht genug bedenken, was uns Gott, der allumfassende Gott, geschenkt hat und in uns hinein infundiert hat. Amen! Amen! Ich habe hier Tag 4 und 5, das wurde schon mehrmals erwähnt, aber hier ist es, was die Daniten gewannen, machte sie stolz und unabhängig, unwillig, sich dem unterzuordnen, was Gott verordnet hatte. Weil Dan erfolgreich war, wurde er stolz und individualistisch, er kümmerte sich nur um sich selbst und nicht um andere. Der beste Weg, um von dem Abfall bewahrt zu werden, ist, sich um den gesamten Leib und das einzigartige Zeugnis des Herrn in dem einen Werk des Herrn zu kümmern. Und ja, das sind so ernste und ermahnende Worte, ja, nicht ein eigenes Ding zu machen, sondern unter dem Schutz des Leibes zu bleiben. Amen! Herr, Geschwister! Ich habe in Tag 6, sind für mich zwei Gegensätze, was mehrere haben erwähnt. Seine göttliche Kraft, dass uns alles geschenkt hat, was zum Leben und der göttlichen Lebensweise gehört. Und das ist Gottes Ökonomie, Gott will, dass wir aus dem leben. Und das ist so überreich, so groß, braucht man wirklich nichts. Aber auf anderer Seite, und das ist auch ein Baum des Lebens, aber auf anderer Seite ist mir so groß geworden, wie man schnell abweicht von dem. Wir wollen alle nach Gottes Weg gehen und aus Gottes Kraft und Gnade zu leben. Aber wie schnell wir in diese menschliche Logik rätselhafter Philosophien abweichen. Wie das schnell passiert, wie wir schnell in unserem eigenen Verstand nachdenken über Dinge. Dann hat man unsere Meinung, wollen wir etwas Besonderes bringen, wollen wir etwas anderes beeinflussen. Wollen wir einfach etwas aus sich produzieren, eigene Kraft, aus eigener Stärke. Und wie das gefährlich für uns ist. Egal, ob wir Morgenerweckung lesen oder Bibel lesen, egal. Und das ist wirklich so gefährlich für uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, wann wir im Geist sind, wann nicht. Weil sonst denken wir, wir sind wie beim Baum des Lebens und essen vom Baum des Lebens, aber eigentlich essen wir vom Baum der Erkenntnis. Und dann sind wir im Tod. Und das ist so wichtig zu erkennen. Unterschied. Und Herr, du bist der Weg, dass du das in uns vollbringst, dass jeder so starke Unterscheidungskraft bekommt, dass jeder erkennt, dass nur vom Baum des Lebens Leben fließt. Dass das in diesem Fließen vom Thron so präsent ist, dass jeder unverwechselbar spüren kann. Amen. 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 Ja, das Menü war diese Woche sehr reichhaltig. Und ich habe zwei Dinge ausgewählt von dem reichhaltigen Menü. die ich als Genuss in besonderer Weise weitergeben möchte. So ist das Christentum heute weitgehend im Abfall begriffen. Denn so viele tun unter dem Namen Jesu Christi und unter dem Deckmantel der Anbetung Gottes etwas für sich selbst. Aus diesem Grund braucht der Herr eine Wiedererlangung. Ja, für mich war das eine sehr, sehr ernste Anfrage an mich selber. Warum tue ich was? Tue ich es für den Herrn oder tue ich es für mich? Und ich möchte in allem, was ich tue, wirklich diese Frage in die Mitte meines Lebens stelle. Amen. Dass alles, was ich tue, Jesus groß macht und nicht mich. Das ist mir eine ganz ernste Angelegenheit. Und ich bitte dich, Herr Jesus, schenk mir die Gnade zu erkennen. Warum tue ich was? Dann möchte ich noch kurz auf Tag 6 kommen. Da heißt es. Das Wort geschenkt bedeutet hineingeben, infundiert, eingepflanzt. Alle Dinge, die mit dem Leben und der göttlichen Lebensweise verbunden sind, sind in uns hineingegeben. In uns hineinfundiert worden. Durch den allumfassenden, lebengebenden Geist, der uns wiedergeboren hat und in uns wohnt. Leben ist die innere Energie, die innerliche Kraft, um die äußerliche göttliche Lebensweise hervorzubringen, die zur Verherrlichung führt und die Herrlichkeit zur Folge hat. Oh, Herr Jesus, danke, dass du uns alles gegeben hast. Alles in uns hineinfundiert hast, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, um ein göttliches Leben zu führen, wo du die Ehre kriegst. Danke, Herr Jesus, dass es schon in uns ist und dass du es in uns wirklich durch dein Sein in uns lebst. Lebst. Danke, dass das Rumgedoktere an uns selber damit vollkommen zu Ende kommt. Amen. Oh, Halleluja. Das Rumgedoktere kommt zum Ende. Wir lassen Dr. Jesus das machen. Wir lassen wir kämpfen. Ich glaube, ich habe heute meine Gedanken zur Morgenweckung mehr als ausführlich zum Ausdruck gebracht. Deshalb werde ich jetzt nichts mehr hinzufügen. Herr, ich danke dir für dein Wirken und dein Vorangehen im Leib. Dass du deine Braut liebst. Dass du deine Braut zubereitest. Dass du der bist, auf den es ankommt, Herr. Danke, dass du uns kooperativ machst. Und ich preise dich für das, was heute in den Herzen geschehen ist. Und was du jetzt im Nachgang dazu tun wirst. Und ich danke dir, dass wir uns sicherlich morgen im Frühgebet weiterbebeten vor dem Herrn bringen. Es sei denn, er sagt irgendwas anderes. Ja, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Amen. Amen.